Okay, auf geht's. Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans. Von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. So, es ist wieder soweit. Wir kommen zur vierten Folge unserer Jahrzehntenanalyse. Ich freue mich heute wieder mit Markus sprechen zu dürfen und diesmal haben wir uns das Jahrzehnt 2010 bis 2020 vorgenommen. Hallo Markus. Ja, hallo Alex, du Sprengmeister. Erinnerst du dich noch? Sprengmeister, wie kommst du denn auf sowas? Wir haben vor mittlerweile längerer Zeit, also aufnahmetechnisch, über Im Land der Raketenwürmer gesprochen. Und irgendwie habe ich dich gefragt, was du beruflich machst, weil du irgendwas davon erzählt hast, dass du zwischen den Explosionen immer noch ein bisschen rumknutschen kannst auf der Arbeit. Achso, ja, ja. Und da kam dann meine Theorie her, dass du Sprengmeister bist. Und von daher, du hast es nicht verneint. Insofern bist du jetzt für mich Sprengmeister. Ja, stimmt, du hast recht. Jetzt erinnere ich mich. Genau, da waren einige lustige Sprüche in der Folge drin. Das muss man wirklich sagen. Ja, wir haben, glaube ich, sehr viel Spaß gehabt. Und ich hoffe, wir haben die Leute nicht verärgert mit unserer flapsigen Art. Das ist richtig. Das ist richtig. Da gab es ja einige wirklich lustige Sprüche. Wie war das noch? Ich habe doch auch gesagt, dass ich doch auch immer so genannt werde. Ja, Bumsmaschine war es. Bumsmaschine! Ja, das ist wirklich wahr. Also diese Folge, die haben wir Anfang Juli aufgenommen. Und das war erst unsere zweite Aufnahme. Bevor die veröffentlicht wurde, habe ich ja schon Specials hier mit dir veröffentlicht. Und die lag halt wirklich so lange rum. Und ich dachte mir, jetzt muss die aber auch allmählich mal echt raus. Es ist aber halt auch einfach dem geschuldet, in Anführungsstrichen, dass ich so viele neue Leute habe und auch alte Teilnehmer, die halt einfach mitmachen wollten. Und ich habe ordentlich Filme aufgenommen, ununterbrochen viele. Und so viele Freitage gefühlt gibt es gar nicht, dass ich die alle jetzt veröffentlichen kann. Also so zeitnah halt. Ich habe das natürlich dann auch nach dem Aufnahmetermin dann veröffentlicht. Also da musste jetzt also keiner dann länger warten als nötig. Und deswegen ist deine Folge so lange im Hintergrund geblieben. Und als ich die jetzt endlich rausgehauen habe, und das war jetzt letzten Freitag, ich sagte ehrlich, ich hatte sehr viel Spaß beim Schnitt. Ich habe dir auch ein paar Dinge geschickt währenddessen. Das war schon sehr lustig, ne? Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle muss ich mich noch korrigieren. Ich habe ja behauptet, die Assblaster wären auf Deutsch die Arschkracher. Es sind die Arschknaller. Also ich glaube, das ändert jetzt alles, oder? Ja, es müsste eigentlich, wir müssten fast die ganze Folge nochmal machen, ne, eigentlich. Ja, ich bin auch dafür. Ich muss aber sagen, dass deine Fantasie ein besseres Wort gewählt hat. Also Arschkracher ist einfach cooler als Knaller. Das ist nicht so gut, nicht so toll. Finde ich auch. Bin ich auch absolut dabei. Das klingt viel besser. Ja, finde ich auch. Für mich werden das jetzt auch immer die Arschkracher bleiben. Also egal, was du erzählst, ne? Ja, wunderbar. Okay, jedenfalls kam ja jetzt die Folge im Land der Raketenwürmer endlich raus. So ziemlich in dem Bereich, wo wir jetzt ja auch schon einige Specials rausgehauen haben. Wir machen jetzt ja schon heute die vierte Folge, ne, zu unserer Dekadenanalyse, ne? Wie wir das... Hast du dir aber schön gemerkt. Ja, genau. Das kommt natürlich von dir, nicht von mir. Wir haben mit den 80ern angefangen. Dann waren wir bei den 90ern. Dann 2000 bis 2010. Und heute sind wir bei 2010 bis 2020. Und ich möchte einfach mal erzählen. Ich rede jetzt mal aus dem Nähkästchen. Wir haben uns das ja erst im Nachhinein ausgedacht, das auf mehrere Folgen aufzuteilen. Denn ursprünglich haben wir eine Folge gemacht und haben über die 80er und 90er gesprochen. Und die Folge ist so lang geworden, dass ich mir beim Schnitt dann erst gedacht habe, ach, weißt du was? Ich teile das auf zwei Episoden. Lustigerweise hatte ich ja dann aber trotzdem nur einen Anfang und nur ein Ende. Und deswegen haben wir uns ja dann nochmal hingesetzt und dann nochmal verschiedene Anfänge aufgenommen, die ich dann reingeschnitten habe in die neuen Folgen. Und das hat schnitttechnisch auch sehr gut funktioniert. Wir haben ja sogar die eine Folge, die 90er, ja auch erweitert. Also streng genommen gab es zwar nur eine Folge, aber eigentlich drei verschiedene Zeitpunkte, was die Aufnahme angeht. Mit mehreren Wochen dazwischen, ne? Also da haben wir ordentlich getrickst, haben wir da, ne? Ja, und vor allen Dingen ist das ja so ulkig vor dem Hintergrund, dass wir beide, glaube ich, zu Beginn uns gefragt haben, okay, wir wollten über die Entwicklung von Horrorfilmen sprechen, kriegen wir damit überhaupt eine Stunde gefüllt? Und haben dann relativ schnell gemerkt, huch, ja, nicht nur eine, ne? Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall wirklich eine tolle Sache. Und was jetzt halt die anderen drei Folgen anging, mussten wir halt ein bisschen tricksen und einfach ein bisschen nochmal danach aufnehmen, da Zusatzsachen aufnehmen und nochmal ein Ende. Wir haben doch in der vorletzten Folge doch, ich glaube, zweimal oder dreimal nur einen Anfang aufgenommen, ne? Da hieß es doch, hallo Markus, ja, hallo Alex, na, schön, dass es wieder klappt. So, fertig. Und dann nochmal für die Folge darauf. Hey, Markus, schön, dass wir mit dabei sind. Und das alles so schön hintereinander. Und im Schnitt merkt es kein Mensch, ne? Das ist doch eine schöne Sache. Es ist halt wie Film. Das ist richtig. Das ist die Kunst des Schneidens. Dann würde ich sagen, kommen wir doch gerne mal in unser Thema rein. Wir reden über das Jahr oder das Jahrzehnt 2010 bis 2020. Und als das Jahrzehnt anfing, da war ich ganz frisch weggezogen hier von zu Hause. Ich habe auf dem Flughafen gearbeitet in Frankfurt als Pilot. Ne, war schon mal ein Witz. Sprengmeister, war es? Sprengmeister, ja. Das hängt mir jetzt nach, glaube ich. Ja, ich kann dich auch gerne Bumsmaschine nennen und du mich hängst. Also, das hatten wir ja auch. Ist mir egal, wie wir uns jetzt nennen wollen. Immer so als Begrüßung, ne? Hallo Bumsmaschine. Meinst du dann nicht, dass die Gerüchteküche irgendwie dann zu weit brudelt? Das muss nicht sein. Aber hätte was, oder? Es hätte was, ja. Okay, nein. Also, es ist so, dass ich aus der Gastronomie komme. Ich habe am Flughafen gearbeitet. Und 2010 bin ich dann auch gezogen in die Nähe des Flughafens. Und da weiß ich noch, dass ich gesessen habe in meiner Wohnung dort, die wirklich klein, aber fein war. Kann man anders nicht sagen. Und habe die Bild-Zeitung aufgemacht. Die lag da irgendwie, irgendwie habe ich die mal mitgenommen. Und ich sah plötzlich die Werbung zu einem fantastischen, megamäßigen, neuen Gruselfilm. Absoluter Horror pur. Und ich gucke da hin. Und was war's? Der erste Insidious-Teil. Und damit haben wir auch die erste Reihe, die so anfing, direkt 2010. Und die ja auch viele Teile nach sich gezogen hat bis jetzt schon. Fangen wir doch einfach mal damit an. Was hast du zu Insidious zu sagen? Wie stehst du zu der Reihe? Ich könnte gerade nicht mal beschwören, ob ich alle Teile gesehen habe. Also den neuesten auf jeden Fall noch nicht. Das ist ja The Red Door heißt der, ne? Der fünfte. Das ist der neuste, das stimmt. Den habe ich auch im Kino gesehen. Jawohl. Also ich finde, es gibt so grundsätzlich ein Problem, das diese ganzen Filme haben. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, sie erzählen die gleiche Geschichte. Aber das würde ich jetzt noch nicht mal nur auf Insidious beschränken, sondern generell. Also Insidious ist ja einer dieser Filme, die von Blumhouse sind. Richtig. Ich finde dabei immer, die haben ja so ihr ganz eigenes Vorgehen. Also ich habe das immer so verstanden. Der Chef der Firma sagt sinngemäß, wir können einen Film machen, der darf aber nur 5 Millionen Dollar kosten. Weil egal, wie erfolgreich oder erfolglos ein Film sein wird, die Kosten kriegen wir auf jeden Fall wieder rein. Und dann läuft das, so habe ich es zumindest mal gelesen, so, dass die Leute, die an dem Film beschäftigt sind, nur Mindestlohn, so nach deutschen Verhältnissen bekommen. Man dafür aber quasi vollständig kreative Freiheit hat. Nur mit der Einschränkung, es dürfen nicht zu viele Rollen in dem Film kommen. Also vorkommen. Du darfst nicht zu viele Sprecher oder Schauspieler haben. Ja. Und wenn ich mir jetzt so überlege, was von Blumhouse so rausgekommen ist, das ist ja gerade in diesem Jahrzehnt dann sehr viel. Weil Insidious, hast du ja schon gesagt, kam direkt 2010 raus. Und Paranormal Activity 2 kam da zum Beispiel auch raus. Das sind ja dann alles irgendwie Filme, die eins gemein haben, sie spielen meistens auf sehr begrenztem Raum mit wenigen Leuten und sind relativ kurz. Das sind immer die Erinnerungen, die ich an diese Insidious oder generell halt an die Blumhouse-Filme habe. Ja, das ist richtig. Also ich wollte jetzt einfach gestrickt sagen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen böse, das ist nicht korrekt. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, der Cast, also ich glaube, wir wissen ja, was Cast ist, der ist in den Blumhouse-Filmen immer sehr überschaubar. Ja, eben weil es diese Voraussetzung ist, der Film darf nur so teuer sein, sorgt halt dafür, dass nicht zu viele Schauspieler oder Sprecher in dem Fall halt in dem Film drin sind. Ja. Aber es ist ja grandios erfolgreich. Also wenn man nachliest, was Blumhouse irgendwie mit den Filmen trotz der geringen Produktionskosten so an Einnahmen hatte, kann man ja wirklich nur sagen, okay, das scheint sich zu lohnen. Wobei ich halt, wie gesagt, ich finde immer, das wird, ja, es ist eine recht ähnliche Machart. So relativ aktuell von Blumhouse ist ja dann Night Swim oder gerade noch im Kino Afraid. Genau. Und das ist halt, also auch das ist wieder genau das gleiche Thema. Es gibt sehr wenig Schauplätze, es gibt einen sehr überschaubaren Cast. Also ich habe immer so das Gefühl, es täte den Film vielleicht gut, wenn es doch sowas wie einen Script-Supervisor geben würde. Weil ich habe immer verstanden, der Autor hat eigentlich völlig freie Hand. Und manchmal gibt es dann so Momente, wo ich denke, ja, das wirkt aber nicht wirklich bis zum Ende durchdacht. Und vielleicht wäre es schön gewesen, wenn doch mal jemand drüber gelesen hätte und gesagt hätte, meinst du, das ist eine gute Idee? Sollen wir das nicht vielleicht anders machen? Ja, also wie stehst du denn zum ersten Incidious? Hast du den dann, weißt du noch, wie du den gesehen hast und hat der dich denn auch begeistert? Oder war der damals für dich denn eher weniger gut? Ich habe vor relativ kurzer Zeit deine Folge dazu gehört und die spiegelt relativ gut meine Meinung dazu auch wieder. Weil anfangs fand ich den Film auch gut. Der hat ja auch seine Schockmomente und ist jetzt ja nicht zu sehr auf nur so Buhai-Jumpscares aus. Der ist ja schon relativ solide am Anfang gemacht. Aber hinten raus, und das ist eben genau das, was ich meinte mit, vielleicht hätte da mal ein Script-Supervisor drüber gucken sollen. Finde ich, verliert sich das Ganze so ein bisschen. Wenn er ja dann in dieser Traumwelt oder wie auch immer man das nennen soll, unterwegs ist auf der Suche nach seinem Sohn und weiß ich nicht was. Und das ist, wie ich finde, halt ein Problem, das zum Beispiel auch ganz aktuell dieser Film Night Swim hatte. Am Ende denkst du auch, es verliert sich jetzt gerade so ein bisschen. Es muss halt irgendwie jetzt vorbei sein, aber eine Erklärung gibt es dann vielleicht doch nicht so ganz. Und die Filme enden alle irgendwie immer auch so ziemlich abrupt. Und das zieht sich in meiner Wahrnehmung aber auch durch alle Insidious-Teile durch. Ja, also ich habe den ersten Teil damals gesehen noch mit meiner Ex zusammen und war im Kino, kannte nichts davon. Wie gesagt, ich habe einfach nur diesen Bericht in der Bild gesehen und dachte mir, jetzt gehst du mal hin, guckst du den mal an. Und war natürlich begeistert. Also dieser Grusel, der da wirklich wunderbar gekonnt aufgebaut wird, die ersten 45 Minuten waren einfach mega. Und wie du aber sagst, er weiß dann leider nicht mehr, wo er hingehen soll, denn er flacht extrem ab. Wenn er vorher 100 Prozent war, ist er dann am Ende in dieser Traumwelt nur noch 40 Prozent. Weil das ist auch dann letzten Endes auch lächerlich, dass er dann da rum, vielleicht verwechsel ich das jetzt auch mit anderen Teilen, obwohl ich glaube eigentlich nicht. Also er schreit ja dann auch irgendwie doch dann rum und dann gibt es doch dann die Leute, die doch dann da so versteinert sitzen und dann grinsen sie auf einmal. Und das ist dann nicht mehr gruselig. Also da ist das, das ist dann eher schon so, ja, also man versucht halt die Leute zu gruseln, aber mit allen Mitteln. Aber das ist dann letzten Endes nichts Besonderes gewesen. Aber der Anfang ist wirklich sehr gut. Ich habe den zweiten Teil mal gesehen und der hatte mich, ja, unterhalten, aber mehr auch nicht. Und ich sage ehrlich, dass ich den dritten und auch The Last Key nie gesehen habe. Die hatten mich halt schlichtweg absolut nicht interessiert und ich habe halt auch nur Schlechtes gehört. Natürlich waren nochmal ein paar gute Worte dabei, ne, es sagten dann auch einige, die sind mega. Andere sagten wieder, die sind nicht so gut, hatten mich nicht interessiert, ist hinter mir vorbeigegangen. Ich habe allerdings den fünften dann jetzt vor einem Jahr im Kino geguckt. Den konnte man schauen, aber der hatte jetzt nicht so dieses Dings hinterlassen bei mir, dass ich sage, ich muss ihn unbedingt gucken, sobald er wieder da ist. Der war ja auch erstaunlich schnell plötzlich bei Netflix. Also das ist natürlich auch ein Zeichen gewesen dafür, dass der Film wahrscheinlich überhaupt nicht überzeugt hat, ne? Ja, aber das ist im Moment ja oft so, ne? Also ich bin stellenweise ja erstaunt, weil, wenn ich mich so zurückerinnere, also du und ich, wir kennen ja noch Videothekenzeiten. Und mein Gott, wie viel Zeit ist vergangen zwischen einer Kinoauswertung und dann der Auswertung für den Heimkinomarkt? Also früher ja irgendwie, weiß ich nicht, Monate, halbes Jahr oder so stellenweise. Richtig, bei VHS war das damals gefühlt ein halbes bis zu einem Dreivierteljahr, bis da die Leihversion endlich kam. Das hat ewig gedauert. Dann gab es ja diesen Moment, dass ja dann halt alles dann ja auch dann schon schneller ging, als ja dann auch die DVDs ja dann rauskamen. Dann hat das nicht mehr ganz so lange gedauert, bis ein Film im Verleih war nach dem Kino. Aber so schnell wie jetzt, das hat es noch nie gegeben. Nee, auf keinen Fall. Gut, dem ist wahrscheinlich auch, ich denke mir auch, dass Corona da so ein bisschen mitgespielt hat. Ich glaube, die haben damals ordentlich nach dem Kino so ordentlich die Maschinen angeschmissen, um den Film ganz schnell in den Stream zu bekommen, um so dann noch extra Geld machen zu können, weil die Leute ja nicht ins Kino gehen konnten. Vielleicht erinnerst du dich, dass ja sowas wie Disney Plus und auch Amazon ja dann diese Heimpremieren machen konnten. Dann musstest du für einen Leih dann 15 Euro zahlen. Da haben dann alle geschrien hier bei mir im Verwandten- und Bekanntenkreis, ich zahle doch keine 15 Euro, um den Film einmal zu gucken. Aber dann habe ich immer gesagt, ja, aber ins Kino, 30 Kilometer fährst du und zahlst die 15 Euro und kaufst ja noch Popcorn und Getränke und fährst die 30 Kilometer zurück. Und dann zahlt ja auch jeder das gleiche Geld. Weißt du, so kannst du mit der Familie sitzen und zahlst einmal 15 Euro. Also ist das eigentlich gar nicht zu viel Geld, wenn du bedenken kannst, dass du ja zu fünft vor dem Fernseher sitzen könntest, ne? Ja, wenn man so rechnet, ist es schon richtig. Aber dein Gleichnis ist auch sonst sehr lustig, weil ich fahre auch immer 40 Kilometer ins Kino. Nicht, weil hier keins wäre, sondern weil ich mich mit Leuten da treffe. Aber das kostet natürlich auch. Und Popcorn muss man ja nicht drüber reden, was Popcorn oder ein Getränk kostet. Und streng genommen brauche ich Popcorn auch gar nicht. Also ich esse das halt schon mit, weil wenn meine Tochter es gerne hätte. Aber dass ich jetzt selber sage, wenn ich jetzt alleine ins Kino gehen würde, dann würde ich mir kein Popcorn holen. Also da bin ich eher ganz anders. Da würde ich eher sagen, ich hole mir ein Eis oder Cola, okay. Die Zero muss sein, ne? Sonst macht es keinen Spaß. Aber Popcorn brauche ich gar nicht so dringend. Echt nicht? Für mich gehört Popcorn absolut dazu. Also das ist so ritualmäßig, würde ich mal sagen. Du hast nicht Unrechtes gehört dazu. Aber ist dir auch mal aufgefallen, dass die Leute, wenn sie Popcorn im Kino haben, auch so ein bisschen den Kopf ausschalten? Also es ist ja nicht so, dass das Popcorn gegessen wird zum Film. Das wird ja eher reingedrückt. Das ist ja gar nicht so dieses Genießen. Ich beobachte das manchmal links und rechts neben mir. Und das ist diese Bewegung von 50 Minuten bis zu einer Stunde. Einfach nur durchgehend Tüte, Mund, Tüte, Mund, Tüte, Mund, Tüte, Mund. Das hört gar nicht auf. Das ist total erstaunlich. Die Leute, die sitzen im Kino. Klar, es gehört dazu, du hast recht. Aber die genießen es nicht, habe ich das Gefühl. Also das kommt mir zumindest so vor. Das liegt doch aber auch an der Menge. Hast du mal versucht, eine normale Menge Popcorn zu bekommen? Das ist dann ja irgendwie Kinderpopcorn. Und das ist dann ja so wenig, dass es keinen Spaß macht. Aber zumindest, wenn ich in Essen ins Kino gehe, in den Cinemax, die erste so valide Größe für Erwachsene, da musst du ja auch eine Stunde essen. Und was willst du machen? Dann schiebst du halt die ganze Zeit rein. Das stimmt. Ich habe so eine Tüte noch nie leer gemacht. Also ich war letztes Jahr, Januar, Februar, März, so eigentlich jeden Monat mit meiner Kleine im Kino. Von Avatar, gestiefelte Kater, Mumien gab es in den Filmen, Evil Dead Rise. Wie alt war die Kleine nochmal? Elf. Früherziehung, ne? Evil Dead Rise habe ich alleine geguckt, aber meine Mutter war mit ihr in dem Super Mario Land Film. So, jetzt habe ich es richtig geklärt. Und da ist es so gewesen, dass sie natürlich immer ihr Popcorn bekommen hat. Und ich habe natürlich mitgegessen, aber wir haben das zu zweit niemals leer bekommen. Diese Menge. Also eine Menge, das ist unfassbar. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich absolut bestätigen. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weißt du, ich habe gerade gesagt, vielleicht ist das einfach wegen Corona der Fall. Weil die Leute durften nicht raus und deswegen wurden die Filme halt, um dann halt Geld reinzubringen, in den Heimkinomarkt zu geschmissen, für 15 Euro zum Laien, damit man auf diese Weise eben an ein Einspielergebnis kommen konnte. Und ich glaube halt, dass das irgendwie dann so beigeblieben ist. Dass also, Corona war irgendwann rum, aber wir wissen ja alle, dass ja das Kino nicht mehr diesen Stand hat wie vor Corona. Ich glaube, das hat sich nicht erholt. Bis heute nicht. Und wir haben jetzt September 24. Oder würdest du sagen, dass sich das Kino erholt hat seitdem? Nein, absolut nicht. Ich versuche noch regelmäßig ins Kino zu gehen. Und jetzt in den letzten vier Wochen, glaube ich, haben wir es wirklich jede Woche geschafft, uns was anzugucken. Aber du merkst ja wirklich, wie leer es im Kino ist. Und es ist ja auch egal, wann du gehst und wie günstig es am Ende ist. Du sitzt ganz oft allein im Kino. Also ich habe es wirklich mal erlebt, das ist kein Scheiß. Da war ich mit meiner Frau, damals noch meiner Verlobten, hier in Mörs im Kino. Das baut mittlerweile seit zwei Jahren um. Ja, wir waren in den Suicide Squad waren wir. Wir standen so vorne und haben bezahlt und auch Popcorn natürlich geholt. Und es waren so die letzten Ausläufer der Corona-Zeit. Also wo man noch so mit Abstand dann rein durfte und keine Ahnung. Es gab auch Zeiten, wo man mit Mundschutz im Kino war. Kann ich mich erinnern, da haben wir Old geguckt. Ganz furchtbar war das. Der Mundschutz oder Old? Sowohl als auch. Seitdem musst du auch immer essen, weil du diese Denke hast, wenn du den Mundschutz an hast, kannst du nicht essen. Und nur wenn du isst, musst du keinen Mundschutz aufhaben. Da kam das her. Ja, ja, richtig, genau. Ja, richtig, genau. Das war ja so verrückt. Worauf ich hinaus wollte, wir standen halt am Empfang vom Kino. Also an der Kasse. Und Suicide Squad war jetzt ja auch kein erfolgloser Film. Und die Dame an der Kasse meinte ja dann, viel Spaß. Und ihr wisst ja, falls noch jemand kommt, Abstand halten. Wie meinten die das, falls noch jemand kommt? Und wir waren wirklich allein im Kinosaal. Und das fand ich schon irgendwie interessant, kann ich nur sagen. Mit zwei Personen in einem Kinosaal für bestimmt 200 bis 300 Leute. Also das war schon interessant. Das ist ja schon erschreckend. Also unter normalen Umständen, wenn ihr jetzt nicht reingegangen wärt, hätten die ja gar nicht den Film laufen lassen. Das wäre ja Unsinn gewesen. Das heißt, der liefert jetzt nur für euch. Ja, und überleg mal, zwei Leute. Das kann sich nicht gelohnt haben. Nein, das kann sich wirklich nicht gelohnt haben. Das ist ja wirklich krass. Ich weiß noch, dass ich einmal in dem Film live im Kino war. Und zwar war das in dem Hurt Center, logischerweise in Hurt, im UCI. Da habe ich dann gesagt, einmal live bitte. Und dann hat sie gesagt, wo ich dann sitzen möchte. Und ich habe dann gemeint, bitte ganz hinten. Und dann hat die mir das ja dann auch verkauft. Und als ich dann den Saal betreten habe, war der leer. Und ich dachte mir noch so, du blöde Kuh, weißt du. Dann dreht die mir aber jetzt. Ich meine, ich habe es ja auch selbst gesagt. Dann fragt die mich, wo ich sitzen möchte. Ich hätte sitzen können, wo ich wollte. Ich hätte auch vor der Leinwand mich entsetzen können. Oder legen können. Ich hätte machen können, was ich will da drin. Weißt du. Und dann habe ich dann letzten Endes doch dann die teureste Kategorie bezahlt. Obwohl ich halt, ich weiß, macht man nicht. Ja, ich sehe es ja ein. Aber ich hätte auch die günstige zahlen können. Ich hätte mich dann nach hinten gesetzt, weißt du. Und der Film lief eigentlich auch fast für mich. Da kamen kurz, bevor wir anfingen, dann doch nochmal, ich glaube, zwei oder drei weitere Reihen. Ich erinnere mich daran, das muss ich einfach kurz reinwerfen. Als die Eisprinzessin 2 ins Kino kam. Da habe ich meine Mutter und meine Kleine ins Kino gebracht. In Gera. In UCI. Das leider auch heute noch immer zu ist. Das hat seit Corona nicht mehr geöffnet. Und ich verstehe gar nicht, warum denn die ganzen anderen UCIs, wie zum Beispiel im Nova Eventis und natürlich ja auch überall in Dessau, also jetzt im Umkreis meine ich jetzt, aber auch natürlich in Hürt und wo auch immer. Da sind die UCIs wieder auf. Warum das in Gera noch immer zu ist, ist für mich ein Rätsel. Und es gibt kein Kino in der Nähe. Die müssen entweder nach Jena fahren oder sogar ins Nova Eventis. Das ist bei Leipzig. Das sind 88 Kilometer. Das ist eine ewig weite Strecke. Es fährt kein Mensch ins Kino. Das heißt, die haben kein Kino seit vielen, vielen Jahren. Das ist eigentlich eine Schande. Und ich bin gerne ins Kino gegangen dort, wenn ich denn die Möglichkeit hatte und meine Kleine halt dann bei meinen Eltern bleiben konnte zum Beispiel. Aber gut, das ist halt leider so, wie es ist. Aber in diesem Kino, vor Corona, da war, als die Eisprinzessin 2 lief, ein Ansturm der drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe ein Bild gemacht, das war wie bei einem Konzert. Da waren Menschen, die ganze Halle voll, Press. Das habe ich nie wieder gesehen danach. Und das hat man sich natürlich angeguckt während der Corona-Zeiten, dieses Bild. Und hat sich gedacht, alter Schwede nochmal. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und das habe ich auch seitdem im Kino nicht mehr gesehen. Diese extreme Menschenmassen in einem Kinosaal. Also da ist ganz offensichtlich, dass sich das noch immer nicht erholt hat, das Kino. Und deswegen glaube ich, dass der Grund der ist, dass die damals sagten, wir bringen die Filme halt schnell in den Stream. Und wenn sie dann schnell im Stream sind, dann kann man sie genauso gut auch schnell veröffentlichen auf DVD und Blu-Ray, solange sie doch interessant sind. Und das ist bis jetzt beibehalten worden. Und deswegen haben wir jetzt so ruckzuck die Filme auch dann schon im Verkauf. Wenn wir sie im Kino jetzt verpassen, weißt du, damals hätte man sagen müssen, ach Gott, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten. Aber heute sagst du, ich muss zwei Monate warten. Und dann hast du ihn im Stream. Oder halt auf DVD oder Blu-Ray. Oder sogar schon auf DVD und Blu-Ray, ganz genau. Ja, so ist es. Ich glaube, wir wollten über Filme sprechen, ne? Ja, ich glaube auch. Dann lass uns doch mal, wo wir eben schon so schön bei Blumenhaus waren, lass uns doch mal dabei bleiben. Denn ich habe einen Film, zu dem hast du auch eine fantastische Folge gemacht. Sinister ist auch von Blumhaus. Sehr schön, das freut mich. Ja, ja. Ich habe übrigens über Insidious mit Steffen gesprochen und Sinister mit Dennis. Das muss ich natürlich erwähnen. Und Grüße gehen raus. Und es freut mich, dass dir die Folge gefallen hat zu Sinister. Ist natürlich aber auch ein richtig, richtig gruseliger Derberstreifen, oder? Also der ist doch mega. Also das ist auch wirklich, also ich habe ja so eine Liste offen von Filmen, die Blumhaus eben in diesem Jahrzehnt rausgebracht hat. Wenn ich jetzt hier so drauf gucke, ist glaube ich wirklich Sinister mein Lieblingsfilm davon. Den habe ich auch mal geguckt, als meine Kinder schon schlafen waren. Ich war alleine im Wohnzimmer und das fand ich schon unangenehm. Also der hat schon eine wirklich gruselige Atmosphäre. Und ich bin jetzt bestimmt nicht jemand, der schnell Angst hat. Also ich habe schon sehr viele Grusel- und auch Horrorfilme gesehen. Aber der hat wirklich eine sehr bedrückende Atmosphäre. Und das Ende ja sowieso. Also wenn der Film vorbei ist, ich glaube Tom hat mal so schön über irgendeinen Film gesagt, dann möchte man sich einen Strick nehmen, so ungefähr. Ja, das kann sehr gut sein, ja. Richtig, genau. Sinister hat bei mir beim allerersten Mal schauen tatsächlich gar nicht so gewirkt. Das ist einer von den Filmen, der erst beim zweiten Mal mich echt geflasht hat. Es lag wahrscheinlich aber auch daran, dass ich den vielleicht mehrfach ausmachen musste. Weißt du, wenn du dann so einen Film auf drei Abende verteilst, das ist natürlich scheiße. Und dann bist du dann auch noch von einem Säugling, wirst du dann noch gestört die ganze Zeit, was war zu dem Zeitpunkt. Der ist von 2012, kommt das hin? Sinister? Das ist richtig. Ja, dann habe ich es genau richtig in Erinnerung. In dem Jahr kam meine Tochter und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich da einfach nicht so richtig konzentriert war. Ja, als ich ihn dann viele Jahre später mal wieder sah, gar nicht mal so richtig viel erwarten, da habe ich mir gedacht, alter Schwede, das ist ja ein richtig atmosphärisch fieser Film. Ja, der ist ja, und der zeigt ja auch wirklich derbe Szenen. Auch wenn er die nicht so explizit zeigt, also nur mit so extrem viel Brutalität meine ich jetzt und Blut und Gedärm, ist es aber, dass das was passiert, schon ziemlich hart. Also ich meine, die Leute, die werden da verbrannt, die werden da ins Wasser gezogen und um zu ersaufen, das ist bitter ist das. Und erinnere dich natürlich an die Rasenmeer-Szene. Oh ja. Also wer da nicht steht, da haben sie aber auch übertrieben, das sind Dreckssäcke. Da haben sie wirklich übertrieben. Also ich denke mir, dass die meisten das wissen, aber gut, wollen wir es mal nicht spoilern. Aber diese Szene zieht sich ja so ewig lang, man erwartet ja schon gar nichts mehr. Und als dann natürlich dann das kommt, was kommt, alter Schwede, also da steht ja jeder. Da bleibt ja keiner sitzen in dem Moment. Mich würde mal interessieren, wenn das im Kino war damals. Das würde mich auch interessieren, weil ich weiß, ich habe mal eine grandiose Reaktion erlebt beim ersten S-Film, also bei dem ersten Teil der Neuverfilmung. Ja. Da hat ein Mädel im Kino geschrien, oh leck die Ziege und die ist wirklich so zusammengefahren. Also diesen Spruch habe ich noch nie zuvor gehört, auch nie wieder. Aber ich habe selten erlebt, dass jemand im Kino sich wirklich so dermaßen erschreckt hat. Und dabei war die Szene gar nicht so gruselig. Es müsste bei diesem Haus an der Nebel Street sein, wenn Pennywise auf einmal neben Eddie auftaucht, hier als dieser Lepra-Kranke. Ja. Und mein Gott, hat das Mädel geschrien. Ich habe gedacht, die springt gleich wirklich auf. Und schreit leck die Ziege. Ja, und um sie rum alle am Lachen. Ja, genau. Das dachte ich mir doch. Aber das könnte ich mir bei dieser bewussten Rasenmäher-Szene, Rasenmäher-Szene, ist auch ein schönes Wort zum Aussprechen. Ja. Könnte ich mir das auch im Kino durchaus vorstellen, dass da derartige Reaktionen erfolgt sind. Ja, ja. Sinister gehört wirklich zu einem sehr, sehr guten Horrorfilm der heutigen Zeit, weil der atmosphärisch halt einfach schlichtweg konstant alles richtig macht. Und es gibt allerdings Momente in Sinister, wo ich dann doch nicht ganz so hin und weg bin mehr, weil wenn es dann diesen Moment gibt, dass er von den Kindern bei sich in der Bude besucht wird, die in Zeitlupe praktisch neben ihm und um ihn herumrennen, das ist so ein Buh-Gehabe. Das ist nicht gruselig. Und Kinder ein bisschen weiß schminken, gruselt mich nicht. Also damit konnte ich nichts anfangen. Aber alles davor, alles da auch hinten raus, also das Ende, gerade mit der Tochter und so und der Junge, der doch unter diesem Schlaf-Nachtangst leidet. Alter Schwede, dieser Junge doch, meine Güte. Also das muss ich sagen, das ist wirklich richtig spannend und gut gemacht. Und auch wenn er natürlich Schocker hat, die natürlich auf Jumpscare aus sind, logischerweise, sind die gut. Es gibt ja auch billige Jumpscares, weißt du, wo du dich eher ärgerst drüber. Aber die sitzen alle top, weil die auch zur Atmosphäre passen. Weißt du, es ist also keine Katze oder kein Vogel oder sowas, der dann kurz vorbeifliegt. Genau. Also die Katze fliegt natürlich nicht vorbei, ne? Das ist klar. Das wäre aber eine coole Katze. Es sei denn, sie wird geworfen. Ach so, ja. In den Pool. Ja, aber sonst würde ich halt sagen, passen diese Schocker. Sinister ist wirklich super, aber was ist denn der zweite Teil für dich von Sinister? Weil da muss ich sagen, da kann ich jetzt nicht mitreden, den kenne ich nämlich noch gar nicht. Ich auch nicht, weil ich habe mich nicht getraut, ihn zu gucken. Also nicht, weil ich glaube, dass er furchtbar gruselig ist, sondern das ist halt so ähnlich wie bei fast allen Filmen, von denen ich mir denke. Die sind doch eigentlich so als Standalone-Sache geplant worden. Ja. Wie willst du denn die Geschichte jetzt weitererzählen? Entweder kannst du ja nur die gleiche Geschichte nochmal erzählen oder du fabulierst dir irgendwas zusammen, was gar nichts mehr mit der Ursprungsidee zu tun hat, womit wir dann wieder bei Nightmare 2 wären, ne? Und das ist ja auch Quatsch dann. Genau der gleiche Film nochmal ist doof und irgendwas völlig anderes ist genauso doof. Also von daher, ich habe ihn noch nie gesehen, ich habe aber ehrlicherweise auch noch nie von irgendwem gehört, dass er besonders gut sein soll. Ja, geht mir auch so, geht mir ganz genau so. Also ich habe das Gleiche gehört, dass der Film, also es gibt Leute, die sagen, dass er nicht schlecht ist, aber es gab jetzt auch schon Leute, die sagten, dass der richtig schlecht ist. Ähm, ich glaube nicht, dass er richtig schlecht ist. Also das, da würde ich sagen, das sagt mir mein Gefühl, dafür ist einfach der erste Teil zu gut, um dann so einen richtig schlechten Scheißdeck rauszuhauen. Obwohl, ich meine, wir kennen das, du hast gerade so schön Nightmare 2 angesprochen, ne? Ähm, es ist also nicht so, dass wir es nicht kennen. Ich glaube aber auch, dass das, was wir eben schon so schön quasi rausgearbeitet haben, der große Unterschied jetzt zum aktuellen, ne aktuelles Jahrzehnt ist es ja nicht mehr, aber nennen wir es mal die Zehnerjahre, zu eben unseren Nullerjahren ist. Weil wir haben da ja gemerkt, in den Nullerjahren hat der sogenannte Torture-Porn auf einmal seine Hochzeit. Genau. Und wenn du jetzt so dir hier Insidious, Sinister und was da sonst noch kommt, das ganze Conjuring-Universe ja auch, das sind ja keine brutalen Horrorfilme, das sind ja eher atmosphärische Sachen. Und so ein bisschen, hätte ich gesagt, fast schon, ja, back to the roots, ne? Also zu den Ursprüngen, wo man wirklich versucht, mit Atmosphäre zu arbeiten, mit gruseligen Momenten, die du ja ganz oft auch nur mit minimalen Mitteln erreichen kannst und nicht mehr, oh, wir zeigen jetzt möglichst viel Gewalt und die Kamera hält voll drauf. Das ist für mich auch eine sehr viel angenehmere Entwicklung, kann ich nur sagen, weil diesen Hype um den Torture-Porn haben wir ja, glaube ich, in der dritten Folge ausgiebig besprochen, habe ich persönlich nie nachvollziehen können. Und von daher fühle ich mich also in diesen Zehnerjahren auf jeden Fall wesentlich besser abgeholt im Gesamtpaket. Da hast du, das hast du richtig schön gesagt, das stimmt absolut, kann ich nur zustimmen. Also irgendwie wollten alle unbedingt diesen extremen Torture-Gewalt-Orgien haben. Also da sitzen die Leute in jedem Saw-Film, in jedem Hostel-Film und was es da alles gab, damit man wirklich gucken kann, wie die Leute auf das Derbste zerstückelt und zerrissen und ach Gott werden. Das ist wirklich furchtbar. Und damit habe ich noch nie so richtig meine Freude gehabt, ne? Also ganz ehrlich nicht. Ich gucke gerade übrigens zum jetzigen Zeitpunkt ja alle zehn Saw-Teile. Da habe ich mir ordentlich was vorgenommen, ne? Also das ist schon hart. Ich habe es auf Insta gesehen und auf Facebook und dachte nur, oh weia, der Arme. Aber du machst es ja freiwillig, ne? Ich mache es freiwillig. Ich ranke die zehn Teile sogar. Ach ja, ja. Ja, ja, ja. Ich mache da ein Video zu und dann... Wo bist du gerade? Im Wohnzimmer. Bei Saw, du weißt genau, was ich meine. Natürlich. Hat sich jetzt so angeboten. Touché. Nein, ich bin gerade bei Jigsaw, bin ich jetzt. Oh, der ist ja auch aus dem Jahrzehnt. Also der ist von 17, glaube ich. Ja, der ist... Also ich hatte vorher ja den 3D geguckt. Der war ja Saw 3D. Das war ja der siebte, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, Vollendung. Der ursprünglicher, der allerletzte Saw-Film überhaupt sein sollte. Und wo ja auch wirklich lange Zeit nichts kam. Das stimmt. Das stimmt. Aber hatten sie wirklich dann Schluss gemacht. Also haben sie ehrlich gesagt, jetzt reicht's. Und dann kam aber dann Jigsaw. Da bin ich jetzt gerade drin. Und dann habe ich danach noch Spiral. Wenn ich mich nicht irre, müsste es danach Spiral gekommen sein. Und dann noch X. Allerdings habe ich X schon gesehen. Weil das ist der erste einzige Teil, den ich ja noch nicht kannte. Ich habe ja alle Saw-Teile schon mal gesehen gehabt. Aber es ist halt in Ewigkeiten her. Und ich wollte halt jetzt einfach erst mal X gucken. Und dann habe ich jetzt angefangen, danach das Geistlichen zu schauen. Und wie gesagt, ich schränke die ganz feistig. Und ich mache das mit Karteikarten. Ich habe Karteikarten mir mal gekauft für etwas längere Zeit. Und weil das Problem bei den Saw-Teilen ist, dass du die nicht auseinanderhalten kannst. Du könntest mir Bilder zeigen, solange du mir nicht die Hauptdarsteller zeigst. Und ich wüsste gar nicht, was aus welchem Film das jetzt ist. Aber den siebten, den erkennt man, weil das Blut da so eine ganz komische Farbe hat. Daran erinnere ich mich noch. Das ist richtig. Das hat mir der Dennis, wenn ich mich nicht irre, geschrieben. Also mit dem ich über Sinister gesprochen habe. Der hat nämlich auch gemeint, ihm ist nicht klar, was passiert ist dort mit dem Blut in dem Teil. Weil das ist nämlich eher so, geht in so eine pinke Richtung. Und ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Das muss denen doch aufgefallen sein. Und selbst wenn das während des Drehs nicht so richtig aufgefallen ist, dann kann man das doch nachkolorieren in der Bearbeitung. Weil das bringt einen raus. Aber gut, das jetzt kurz zu Saw. So, jedenfalls bin ich halt gerade fleißig dabei, alle Teile zu gucken. Und dann mache ich ein Ranking. Und dann gibt es ein Video. Auf dem YouTube-Kanal natürlich von Let's Talk About Horror. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe diesen Run ja auch mal gemacht. Damals gingen die Reihe aber nur bis Jigsaw. Also ich wüsste ad hoc auf jeden Fall, welcher der schlechteste ist. Das wäre Spiral. Und ich weiß, jetzt sagst du, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Wie das letzte Mal, ne? Nein, das würde ich nicht sagen. Keine Angst. Nein. Nein, Spiral habe ich einmal gesehen. Und tatsächlich danach nicht nochmal. Ich werde ihn aber auch nochmal gucken, um ihn aufzufrischen. Und gebe ihm auch nochmal eine ganz ehrliche Chance. Also ich gucke den jetzt nicht mit einem Ach, der ist doch scheiße. So gucke ich den Film halt nicht. Weil ich gehe natürlich frisch dran und gebe auch jedem Film eine Chance. Das mache ich halt schon. Aber den sollten wir dringend dann mal gemeinsam besprechen. Kann ich mich nur wiederholen. Oh, das tut mir leid. Der ist leider schon vergeben. Ach, verdammt. Da hat sich gerade schon jemand gemeldet für. Das muss ich leider sagen. Warum auch ausgerechnet der? Das weiß ich auch nicht. Aber dieser Film wurde speziell gewünscht. Vielleicht, weil man über den so herrlich abkotzen kann. Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das Gespräch geht in eine andere Richtung, was die Gesprächspartnerin angeht. Okay. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich auch. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn mir jemand erzählen kann, dass er Spiral super findet. Aber gut. Meinung darf ja jeder haben. Natürlich. Ist ja auch jedem das Seine. Ja, jedem das Seine. Ganz genau. Warum wir jetzt ja kurz auf Sorg kamen, war natürlich jetzt diese ganze Torture-Porn-Scheiße. Darauf sind wir jetzt ja gekommen. Und du hast es gerade so schön gesagt, dass jetzt das Jahrzehnt rum war. Und dann waren wir bei 2010. Und jetzt fingen mit Insidious und Sinister. Da kam halt wirklich der richtig gute Grusel- und Horrorfilmer wieder raus. Und auch einfach generell dieser Psycho-Horror-Kram, der uns dann mal wieder das Gruseln lehrte, was das Jahrzehnt davor definitiv nicht der Fall war. Und man kam ja auch durchaus mit unkonventionellen Ideen um die Ecke. 2014 müsste ja It Follows erschienen sein, wenn ich mich nicht völlig irre. Das stimmt. Und was haben wir sonst noch? Es gibt noch den Babadook. Ich weiß, geliebt oder gehasst. Aber das ist ja auch eine recht unkonventionelle Angelegenheit, was in dem Film so passiert. Ich meine, es obliegt ja am Ende auch der Fantasie von jedem, ob das jetzt alles wirklich passiert ist oder eben nicht. Und auch ansonsten hast du ja noch, ja, von dir ja heiß geliebt, von mir auch, Hereditary furchtbar auszusprechen. Ja, Hereditary ist ein, um es mal kurz zu erklären, der Film heißt ja Das Vermächtnis, noch als Untertitel. Und Inherit ist das englische Wort für Erben. Und Hereditary ist, wenn etwas praktisch vererbbar ist. Also so muss man das halt verstehen. Also der Titel ist eigentlich vererbbar. So ist die Übersetzung dazu. Wollte ich mal kurz klugscheißen jetzt. Ich erinnere mich, du hast es, glaube ich, auch in der Folge zu dem Film schon gesagt. Ja, ich wiederhole mich gern. Ja, wunderbar. Dann könntest du ja auch einfach sagen, Moment, ich schneide hier was rein, was ich schon mal erklärt habe. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber ich wusste es jetzt ja gar nicht bis eben. Aber es klingt nach mir, dass ich das schon erzählt habe. Wenn es um klugscheißen geht, dann bin ich voll dabei. Mach ich auch immer sehr gerne. Aber wenn wir jetzt schon beim klugscheißen sind, weißt du, auch dieser Titel Insidious ist ja auch ein englischsprachiges Wort, das ja nur keine Sau nutzt halt in gewisser Weise. Das ist ja Englisch für heimtückisch. Und auch malignant ist ja ebenfalls so ein Wort, ich weiß jetzt die Übersetzung nicht genau, aber auch das ist praktisch wieder so ein Wort, das keiner nutzt, aber dann benutzt wurde als Filmtitel. Also irgendwie hat damals James Wan, der muss durch so Synonymwörterbücher geblättert haben, weißt du so, und so geguckt haben, okay, scary oder was auch immer so für englische Worte. Und dann gucken wir mal, was es noch so hergibt. Und so heißen dann Filme, der hat die Filme benannt, also mit Worten, die im englischsprachigen Raum kaum benutzt werden. Sinister, ich meine, das ist jetzt nicht von James Wan, das heißt ja auch gruselig, das ist ja ein Wort, das wenigstens benutzt wird im englischsprachigen Raum. Aber die anderen, die hörst du ja niemals. Und so heißen jetzt Filme, ist total verrückt. So heißen jetzt Filme, ja. Ja, genau. Weißt du spontan, was es noch von Blumhaus gibt, was eher eine Komödie ist? Jetzt muss ich kurz überlegen, eher so in dem Komödienstil, ich würde sagen Paranormal Activity, also für mich ist das zum Lachen. Wo wir erstmal bei der Frage sind, heißt das eigentlich Blumhaus oder Blumhaus, ich bin mir da auch nie sicher. Du, ich meine eigentlich immer Blumhaus zu hören, aber reden wir denn auch von dem Gleichen? Wie schreibt sich denn Blumhaus, wie du es sagst? B-L-U-M. Ja, okay, dann glaube ich, ist es Blumhaus. Aber ich lege jetzt nicht die Hand ins Feuer dafür. Wenn das jetzt mit zwei O's geschrieben werden würde, dann wäre das wahrscheinlich Blumhaus. Aber ich glaube, es ist dann Blumhaus. Aber ich kann auch falsch liegen, ne? Also, ich weiß es auch nicht. Aber kennst du den Film Happy Death Day? Natürlich, ja klar, natürlich. Gut, dass du es sagst, ich wäre nicht drauf gekommen jetzt, aber den müsste man auch nochmal ansprechen. Der ist nämlich auch von dieser Schmiede. Wie hat der dir gefallen? Also, ich fand den großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, tatsächlich? Okay. Der ist ab zwölf. Das hat mich damals schwer beeindruckt, weil auf dem Cover steht irgendwie ein witziger, blutiger Horrortrip. Und ich habe das nur so, also sinngemäß, jetzt nicht wortwörtlich. Und ich habe es damals nur so in der Hand gehalten und dachte, ein blutiger Horrortrip ab zwölf. Wie blutig kann der sein, ja? Also, aber die FSK-Freigabe hat mich doch mal wieder schwer geschockt. Womit wir bei einem anderen Thema wären. Aber ich fand schon, dass der für eine Zwölfer-Freigabe doch so einige Schauwerte hatte. Ja. Aber wie ist das denn mit dir? Magst du den Film? Das klang jetzt nicht ganz so. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn schlecht finde. Aber es ist kein Film, den ich nochmal gucken muss. Also, so im Comedy-Stil geht er ja nicht rein. Er ist ja schon ernst. Aber er ist jetzt für mich dann doch eher so ein bisschen Teenie-Horror wieder. Der geht so in Teenie, weil wir ja hier auch Teenager als Hauptfiguren haben. Und am Ende ist das ja auch dann ihre ... Ich will jetzt nicht spoilern, natürlich. Aber das Ende ist, sagen wir mal so, sehr, sehr einfach gestrickt. Und wo ich mir so dachte, alter Schwede, glaubt der keine Sau. Und da muss ich dann halt echt sagen, da war ich dann doch schon draußen. Also, bei Happy Death Day. Ich habe den zweiten auch nicht gesehen, weil ich jetzt einfach schlichtweg davon ausgehe, dass der das Gleiche macht wie auch der erste. Ich weiß es nicht, vielleicht liege ich da falsch. Aber ich war jetzt nicht umgehauen von Happy Death Day. Wie ist der zweite für dich? Der zweite ist auf jeden Fall in meinen Augen nicht so gut wie der erste. Aber wenn du wirklich denkst, dass er eins zu eins das Gleiche macht, da kann ich dir sagen, nein, er entwickelt sich schon in eine andere Richtung. Aber wenn man die grundsätzliche Idee halt dieser Zeitschleife nicht mag, dann zündet das da wahrscheinlich auch nicht. Das ist für mich halt der Grund, warum ich das mag. Ich mag generell halt Sachen, die mit Zeit reisen oder Zeit schleifen. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber solche Themengebiete mag ich sehr gerne. Wenn es nicht gerade Project Almanac ist, falls du den kennst. Ich kenne den Titel, ja. Aber ich kenne nicht den Film. Wieso ist der Hühnerkacke? Hühnerkacke ist auch sehr nett formuliert. Sagen wir mal, das ist ein Film, der Prämissen für sich oder für seine Protagonisten aufstellt, an die man sich drei Minuten, nachdem man sie verabschiedet hat, selbst nicht mehr hält. Und das ist dann natürlich einfach blöd. Und es ist halt, Zeitreisen mit Teenagern ist halt kompliziert, würde ich mal behaupten. Also ich mag Zeitreisefilme eigentlich gern. Also ich bin da total, also ich glaube, da muss man nicht mal jung geblieben sein für. Also das, um da zu träumen, was man alles tun könnte, wenn man durch die Zeit reisen könnte. Ich wohne in einem kleinen Stadtteil hier. Und hier sind halt sehr viele alte Gebäude. Hier um dem Gebäude, wo ich wohne. Und wenn ich auf dem Balkon stehe, dann sehe ich die und denke mir, weißt du, würde ich jetzt 30 Jahre in die Vergangenheit gehen, 50 Jahre in die Vergangenheit gehen, dann würde dieses Gebäude da exakt genau so stehen und so aussehen. Genau gleich. Das wäre kaum verändert. Aber alles drumherum wahrscheinlich. Also das Gebäude, in dem ich bin, wäre nicht da. Und wie wäre der Straßenverlauf? Und das wäre, ich spiele da so mit, meine Gedanken gehen da manchmal so verrückt, weil ich das einfach so interessant finde. Und auch wenn ich zum Beispiel auf irgendwelchen Burgen oder Ruinen unterwegs bin, die man mal besucht. Auch gestern bin ich ja erst bei Eisenach, ist eine, die sieht man von der Autobahn aus. Das ist wirklich eine wunderschöne Burgruine mitten im Wald. So mit zwei hohen Türmen und so. Und da halt einfach mal durchzugehen, als die noch stand und nicht nur eine Ruine war, das finde ich hochinteressant. Also ich bin ständig mit dem Kopfkopf bei Zeitreisen. Das ist also, deswegen sind die Filme auch so interessant für mich. Aber trotzdem hat Happy Death Day dich nicht erwischt. Weil Happy Death Day für mich eher so eine Art von täglich grüßtes Murmeltier ist in blutig. Also das ist jetzt kein Zeitreisefilm. Das ist halt eher eine Nachmache, die Nachmache einer Idee aus einer Komödie von 92. Gibt aber schlimmere Sachen, oder? Also Winnie Pooh ist schlimmer, würde ich mal sagen. Ja, okay, das ist schlimmer. Das ist definitiv schlimmer. Da stimme ich dir zu. Aber wo wir schon so wunderbar bei komödiantischen Aspekten waren, weißt du auch noch, welche große Horrorreihe es wirklich in den 10er-Jahren gab? Auch wenn ich mich nicht traue, es anzusprechen. Also ich habe jetzt gerade ja schon angekündigt, Paranormal Activity meinst du jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Nein, ich meine Sharknado. Sharknado, ja, okay, werde ich nie drauf gekommen. Von Asylum. Ja, Sharknado ist natürlich insofern kultig, weil die ja genau wissen, dass sie Scheißfilme machen. Also das ist denen ja bewusst. Die machen ja Spaß. Deswegen gucken wir sie ja auch, weil sie ja halt eben nun mal Spaß machen. Aber wie bist du denn drin im Sharknado-Dings? Kennst du die Filme denn alle oder nicht so richtig? Ich kenne alle Sharknado-Filme. Und wieder so ähnlich wie mit Freitag der 13., Nightmare und Co. haben wir auch dort irgendwann mal eine Session gemacht und haben in kurzer Zeit alle Teile geguckt. Und ja, das ist schon anstrengend. Das kann man ganz klar sagen. Aber du sagtest ja so schön, die wissen ja, dass das Scheißfilme sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob man sich beim ersten Film darüber schon im Klaren war oder ob der einfach nur scheiße aussieht am Ende. Also spätestens ab dem zweiten bin ich dabei. Da wusste man, dass das Unfug ist und hat auch ganz gezielt damit gespielt. Aber ob der allererste Sharknado wirklich so als witziger Trashfilm gedacht war, da bin ich mir noch nicht mal sicher. Aber es ist ja unglaublich, was dieses ganze Gedönse für einen Erfolg nach sich gezogen hat. Ich meine, da spielt David Hasselhoff mit und auch irgendwelche Stars wollen ja irgendwie ihre Cameo-Auftritte in solchen Filmen haben, wo ich auch denke, okay. Also ich muss dazu sagen, wenn man ein Drehbuch schreibt, das Sharknado heißt und das um einen Tornado geht, in dem Haie sind, dann kann das niemals doch allen Ernstes ernst gemeint gewesen sein. Das kann man doch gar nicht glauben, oder? Das kann man mir nicht erzählen. Also ich habe mal gelesen, dass zumindest theoretisch oder vielleicht sogar ist sowas mal passiert, also dass durch so eine Verwirbelung über dem Wasser durchaus ein Hai mal irgendwo hingeflogen ist. Also das ist jetzt nicht so völlig aus der Luft gegriffen, aber natürlich in diesem Ausmaß jetzt nicht. Dass du eine Windhose hast, die voller Haie ist, ist natürlich Quatsch. Aber die grundsätzlich scheint sowas mal wirklich passiert zu sein, dass irgendwo ein Hai aus einem Wirbelsturm geflogen ist. Aber natürlich hast du recht. Also es gab irgendwo mal im Internet ein Meme, da stand drauf, wenn du denkst, deine Idee ist scheiße, denk immer dran, irgendjemand hat mal gesagt, lass uns einen Film drehen über einen Wirbelsturm voller Haie. Ja. Und dann frag dich, ob deine Idee scheiße ist. Weißt du, ich glaube, ich möchte auch mal so eine Idee machen. Ich überlege gerade, was genau so dumm ist, aber es noch nicht gegeben hat. Ich stelle mir gerade so Gewitterwolken vor, in denen jedes Mal, wenn es blitzt, anstatt eines Blitzes kommt eine übergroße Katzenpfote raus und schlägt ein Haus kaputt. Aus der Gewitterwolke. Das ist gerade so meine Idee. Und der Donner ist dann das zusammenkrachende Haus. Wäre das nicht geil? Thundercats. Thundercatskin. Aber das gab es schon, oder? Das war was anderes. Also ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt gerade das so vorgestellt. Die Gewitterwolken schweben über der Stadt und wenn es dann blitzt, in Anführungszeichen, ist es dann in Wirklichkeit ein Katzenarm, der ein Haus niederhaut. Okay, ich weiß nicht, ob die Idee so gut war jetzt, aber das kam mir jetzt gerade mal so in den Kopf. Aber ich meine, was gab es schon für Ideen? Ja. Die Frage ist ja, wie lange kannst du das ziehen? Also, was passiert denn dazwischen? Du hast jetzt eine Szene im Kopf. Okay, aber was passiert noch? Ja gut, mehrere Gewitter. Ach so, ja okay. Ja, kann man machen, kann man machen. Und dann noch Tara Reid dazwischen mit einer Brille, damit sie eine Wissenschaftlerin ist und dann bin ich zufrieden mit meinem Drehbuch. Aber zum eigentlichen Thema, hast du Sharknado gesehen? Nein, ich habe Sharknado tatsächlich noch nie gesehen. Nicht, weil ich mich wirklich davor gesträubt habe und gesagt habe, ich will das niemals schauen. Es kam halt einfach bei mir nie an. Also, ich hatte ja eine gewisse Zeit, als ich dann ja auch Vater wurde, vor zwölf Jahren mittlerweile und dann ja auch viel gearbeitet habe und ja dann auch zwischenzeitlich selbstständig mich mal machte auch. Da hatte ich halt einfach gar nicht viel Film und Fernsehen geschaut, muss ich echt sagen. und das ist der Zeitraum, wo diese Filme rauskamen und die alle so an mir vorbei sind, einen Teil nach dem anderen. Ich weiß nicht mal, wie viele es gibt und dann habe ich natürlich den Titel irgendwann mal gehört und ich habe dann auch natürlich mitbekommen, dass dann Ian Searing, der ist ja von Beverly Hills damals gewesen, da die Hauptrolle hat und mehr ist an mir nicht hängen geblieben. Weißt du, wenn ich jetzt wüsste, die gibt es irgendwo echt mal zum Streamen in dem Channel, zum Beispiel bei Amazon, da sind die alle drin oder die wären mal zum Beispiel auf einer Filmbörse ganz günstig in der Box mit allen Teilen oder so rausgeschmissen, dann könnte ich mal sagen, okay komm, jetzt nehme ich sie mal mit, damit ich mal mitreden kann. Ich habe das jetzt ja bei der Sawbox auch gemacht, aber dass ich jetzt großartig sonst jetzt jeden Teil leihen müsste, ich weiß nicht, wie viele gibt es? Sechs Stück gibt es in Summe. Jetzt muss ich aber eine Frage stellen, ganz wichtig, wie ist denn Sarah Knappigs Auftritt? Wer? Sarah Knappig. Wie war denn ihr Auftritt? Ich oute mich mal wieder als unwissend, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Sag mal, bist du kein Trash-TV-Gucker? Das ist doch nicht dein Ernst. Du kennst Sarah Knappig nicht? Ne, ad hoc jetzt nicht. Okay, ja, die war damals im Dschungel, das ist diese, die war ganz früher bei GNTM, ist dann aber irgendwann dann auch schon recht früh, glaube ich, sogar rausgeflogen und das ist schon ewig hier und dann war sie doch auch im Dschungel und hatte doch dann da auch für Skandale gesorgt, weil die sich doch so unfassbar blamiert hat im Dschungelcamp, mit ihrem Englisch alleine schon, die hat ja dann so Dinge gedacht, so gesagt wie my air was away und what if I must break und all solche Dinge, das ist doch, das ist doch kultig. Sag bloß, das kennst du nicht. What if I must break? Ist das nicht geil? Das ist doch mega, oder? Das ist wunderbar, sowas kann man sich nicht ausdenken. Ja, man könnte eigentlich meinen, dass das Absicht war, dass man ihr diese Dinge absichtlich gesagt hat, damit sie damit in die Geschichte eingeht. Weil das hörst du nämlich bei Dschungelcamp immer. Also ich sehe das richtig, dass du kein Dschungelcamp-Gucker bist. Das ist absolut richtig, aber Denglisch kann ich hervorragend. Ich sage nur how horny is that then und I believe I spider. Ja, genau. Und bei dem, was du gerade erzählt hast, there stands me the hair to the mountains. Ja, genau, das kenne ich noch nicht. Genau. Aber was ich klasse finde, ist don't go me on the cookie, ne? Oh ja, you go me any million on the cookie, genau. Now we have to sell it. Now we have to sell it. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist auch gut. Und was gab es noch? There goes me the ass on reason eyes. Oh Gott. Das ist aber echt bitter. Das ist bitter. Absolut. Also ich kann dir noch, ich kann dir noch sagen, I think my pig is whistling. Das kann ich dir auch noch sagen. Ich kenne noch, my English is under all pig, but I come to right. Oh, I come to right. Under all pig. Ja, aber um das mal abzuschließen. Ja. Es nimmt Ausmaße an hier gerade. Ja, ich merke das schon wieder. Wird eine lange Folge dann wieder, oder viel zu schneiden. Äh, ja, beides. Also ich kann mich nicht bewusst an den Auftritt dieser schillernden Persönlichkeit erinnern, aber es ist ja genau das, was wir vorhin schon kurz gesagt haben, dass da irgendwelche halbwegs bekannten Leute sich die Klinke in die Hand geben und ja auch diverse so B, C oder in dem Fall wahrscheinlich auch RD-Promis irgendwie dabei sein wollen. Und Sharknado ist für sich genommen einfach auch ultra anstrengend. Ich kann mich erinnern, den vierten Teil haben wir mal an einem Videoabend geguckt und haben auf die Pizza gewartet, die irgendwann kommen sollte. Eine Stunde vom Film war rum und wir waren uns einig, es ist gut, dass jetzt die Pizza kommt und man mal Pause machen kann, weil es war wirklich Reizüberflutung, Deluxe. Es war wirklich so, dass du angestrengt warst vom Film gucken. Und weil es wirklich so viel geballter Stuss war, der dir um die Ohren geworfen wurde, dass du das gar nicht alles verarbeiten konntest. Also von daher, wenn du die Gelegenheit mal findest, solltest du mal reingucken. Sind die denn alle ab zwölf eher oder sind die schon härter, dass sie eher die 16 haben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die sind schon ab 16, weil ja doch mit Kettensägen und etc. rumhantiert wird. Irgendwann spielt hier der Typ von früher Melke mittendrin, glaube ich, mit. Ja, kann ich dir nicht sagen, wer das ist, aber ich weiß, wie du meinst. Den Jungen, meinst du? Ja, und ich glaube, dem werden beide Arme abgebissen und auch die Beine und dann kriecht er irgendwo lang und muss mit der Nase am Ende auf einen Schalter drücken, irgendwie so. Vielleicht ist es auch ein anderer Schauspieler. Okay, super, ganz toll. Aber sieht natürlich ultra kacke aus und auch, ja, einfach Quark-Deluxe. Aber auch das ist etwas, was in diesem Jahrzehnt durchaus populär geworden ist, weil ich glaube, Sharknado kann man ja mit Fug und Recht behaupten, ist auch über die, nennen wir es mal, Horror-Bubble hinaus vielen Leuten ein Begriff und sei es nur aus Trash-Aspekten. Ja, das ist richtig, absolut. Jedenfalls, was ich noch sagen wollte, die Sarah Knappig, die du jetzt nicht kennst, die hat in einem Teil kurz mitgespielt und die hatte einen Auftritt von, sagen wir mal, acht Sekunden oder so. Also die ist wirklich nur irgendeine so eine Art Soldat in Anführungsstrichen, die dann einen Verletzten befreit von Geröll und dann jemanden zu Hilfe herruft. Das ist alles, was sie tut. Und ich weiß, dass ProSieben sie damals, glaube ich, begleitet hat zum Dreh dieser Szene und der Regisseur ihr die ganze Zeit so Anweisungen gab und die aber nie auf diese Anweisungen achtete. Und dann hat irgendwann die Reporterin von ProSieben im Hintergrund gesagt, verstehst du eigentlich, was er sagt? Und sie sagt, nein. Und dann sagt dann sie, also die Reporterin, dann sag es doch und nick ihm nicht immer zu. Und dann hat sie ihr dann übersetzt, dass sie bitte warten soll, drei Sekunden nach dem Action oder was auch immer. Und dann lief die Szene erst und das war halt wieder schon so unglaublich peinlich, weißt du, wenn man das so gesehen hat, dass dieser Regisseur mit ihr spricht und sie immer nur nickt und sagt, yes, aber es nicht verstanden hat, weißt du, es war unmöglich. Wirklich, muss ich kurz einfach... Immerhin weiß sie, dass yes, ja bedeutet. Ist ja schon mal ein Anfang. Ja, das wusste sie, ja. Okay. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was du zu Paranormal Activity hältst. Diese Reihe kam ja auch dann irgendwann, kam ja raus, ich denke mir auch, dass der erste so von 2010 oder 2011 sein könnte. Ich glaube, das kommt hin. Nee, der ist sogar noch aus den Nullerjahren. Der ist knapp davor. Paranormal Activity 2 ist von 2010. Wow, krass. Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt sind aber dann diese ganzen Teile, ja, dann kann man ja schon eher sagen, in den Szenen entstanden. Und was hältst du von dieser Reihe? Ich bin gespannt. Das geht relativ schnell, denn das habe ich noch nie gesehen. Wow, krass. Ehrlich, das ist ja erstaunlich. Weißt du, ich habe Sharknado nie gesehen und du hast jetzt tatsächlich nie Paranormal Activity gesehen. Warum nicht? Kein Interesse? Oder war das wie bei mir, dass du einfach wegen der Arbeit nicht konntest? Oder was war... Jetzt korrigiere mich, wenn ich mich irre. Das ist doch auch so Pseudo-Found-Footage-Gedönse, oder? So ist es. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe früher exakt zwei Filme dieser Art gesehen. Der eine ist der, den wahrscheinlich jeder, der altersmäßig so auf unserer Höhe ist, gesehen hat. Blair Witch Project natürlich. Ja. Und es gab in der Videothek irgendeinen absolut unbekannten Film. Er hieß The Last Broadcast. Oh mein Gott! Ich dachte, ich bin der Einzige, der den kennt in Deutschland. Nein, nein, ich kenne den. Das ist ja mega. Der eine Haupt, also die eine Hauptfigur heißt Locus mit Vornamen. Darum habe ich es mir gemerkt. Locus Wheeler oder so. Ja, okay, okay. Ich muss dir dazu was sagen. Ich habe damals, als ich Blair Witch Project auf DVD gekauft habe, da gab es den in einem Bundle mit einem zweiten Film dabei. Also den hat man so verkauft, wie auch immer die das gemacht haben. Aber der Film, der ist halt einfach in einem Doppelpack verkauft worden. Bevor er dann wahrscheinlich irgendwann mal irgendwann an Einzel verkauft wurde. Und da war als extra DVD The Last Broadcast dabei. Und das war eine Mockumentary, also eine Dokumentation, die allerdings fake war. Und ich habe den damals mir angeguckt und fand den richtig atmosphärisch gut. So, dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich muss diesen Film doch mal schauen. Und habe den dann für vielleicht zwei Euro bei Ebay ersteigert. Dann kam der, ich habe ihn in mein Regal gestellt. Und weißt du, was ich am Tag danach gemacht habe, als ich den ins Regal gestellt habe? Ich habe diesen Podcast angefangen. Nur für den Film? Nein. Ich habe nur deswegen den Film nie gesehen, sagen wir mal so. Es war wirklich im Juni 2021. Ich habe diesen Film bekommen und wollte den gerne mal schauen. Aber dann hatte ich so die Idee, man könnte doch mal so einen Podcast über Horrorfilme machen. Und immer mit anderen Leuten sprechen. Und das ist der Grund, warum der Film seit über drei Jahren bei mir im Schrank steht. Und nicht mehr angefasst wurde danach. Und ich wollte den immer mal wieder sehen, wie gesagt. Und ich bin erstaunt, dass du mir jetzt gerade The Last Broadcast nennst. Ich dachte immer, ich bin in Deutschland der Einzige, der den kennt. Ja, komm, dann machen wir jetzt Folgendes. Irgendwann besorge ich mir diesen Film und wir besprechen den. Dann kannst du ihn nochmal gucken. War der denn besprechenswert für dich? Ich muss gestehen, wie lange ist es her, dass ich ihn gesehen habe? Der muss ja irgendwann um die Jahrtausendwende oder noch älter sein. Korrekt. 99 schätze ich. Also ich glaube, zeithistorisch würde ich mir den wirklich gerne nochmal angucken, ja? Also gibt es den irgendwo zum Stream oder gibt es den nur auf DVD und uralt? Also den zu streamen halte ich für absolut unwahrscheinlich. Man muss natürlich mal gucken, aber der ist so unbekannt. Den musst du bei Ebay wahrscheinlich für wenige Euro ersteigern, denke ich. Also um mal kurz anzusprechen, es sind bestimmt viele neugierig jetzt. Es handelt sich dabei um eine Dokumentation. Und zwar ist es so, dass eine Gruppe Bergleute, Bergsteiger, Wissenschaftler, was auch immer, die sind auf einer Expedition unterwegs und die werden wohl alle gekillt aufgefunden. Und es sieht so aus, als hätte da irgendein großes Tier wohl gewütet und die alle umgebracht. Vielleicht waren es aber auch Menschen, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber auf jeden Fall sind die bestialisch umgebracht worden. Und dann ist klar, dass es dann wohl irgendwie einen geheimen Tipp gab, dass diese Leute, die da wohl eine Fernsehshow haben, sollten sich doch mal eine Dokumentation über den Jersey Devil machen, wenn ich mich nicht irre. Und dann hat man dann diesen Tipp mal aufgerufen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das jemand aber mit einer verzerrten Stimme gemacht hat. Also diesen Tipp, der wollte nicht erkannt werden im Nachhinein. Und jetzt ist natürlich irgendwie so die Idee, dass dieser Typ selbst die wohl umgebracht hat, also dahin gelockt hat, um sie umzubringen. So habe ich das noch grob in Erinnerung, aber auch schon über 20 Jahre nicht gesehen. Und ich fand das damals sehr interessant. Ich fand das interessanter als Glarage Project sogar, muss ich echt sagen. Ja, vom Ansatz auf jeden Fall, weil es irgendwie in sich stimmiger war, glaube ich. Ja, hört sich zumindest stimmiger an. Es kann natürlich sein, dass der heute überhaupt nicht mehr zieht, aber ich fand diese Mockumentary damals echt gut, muss ich sagen. Auch die Making-ofs waren gut. Da war eine interessante Menge oft dabei. Das weiß ich auch noch. Du kannst ja deine Zuhörer fragen, ob sie eine Besprechung haben möchten. Okay, dann frage ich jetzt hier und jetzt, ob sie eine Besprechung zu The Last Broadcast haben möchten. Okay, wir waren, glaube ich, dabei, du warst dabei zu beantworten, warum du eigentlich Paranormal Activity nie gesehen hast. Genau, also diese beiden Found-Footage-Filme, oder das eine, haben wir ja gelernt, ist eigentlich eine Mockumentary, waren so das Einzige, was ich gesehen habe und wo ich mich gefragt habe, okay, aber was soll denn jetzt daran so spannend sein, an dieser Art von Film, dass das noch x-mal wiederholt werden kann? Ja. Und von daher hat mich Paranormal Activity nie interessiert. Und vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es da ja irgendwie auch um so angeblich echte Geistererscheinungen geht, das hat mich eine ganz lange Zeit auch überhaupt nicht angesprochen. Und vielleicht hat da auch der Aspekt ein bisschen reingespielt, dass zumindest der erste Teil in meiner Wahrnehmung damals ziemlich gehypt worden ist, wieder so als einer der schrecklichsten Filme überhaupt so ungefähr, die man unbedingt sehen müsste oder so. Und irgendwie war das dadurch in meiner Bubble wirklich so, nein, das möchte ich ganz einfach nicht. Aber mittlerweile habe ich mir den ersten auf DVD oder Blu-ray, ich bin mir gerade nicht sicher, besorgt, weil du ja auch mal eine Besprechung dazu gemacht hast, die ich mir ja irgendwann mal anhören möchte. Und von daher muss ich ihn ja vorher gucken. Sorry, welchen Film meinst du jetzt ganz genau? Du bist jetzt, glaube ich, gesprungen? Meinst du Blair Witch jetzt oder wie? Nein, Paranormal Activity. Da gibt es doch eine Folge. Nö. Echt? Also, bin gerade völlig überrascht. Müsste ich vergessen haben. Aber nee, es gibt noch keine Besprechung zu Paranormal, zu keinem Teil. Dann habe ich es mir vielleicht auch einfach so gekauft. Das kann auch sein. Ja, es tut mir leid. Genau, mach jetzt eine. Ja, jetzt muss ich eine machen, ja. Es kann auch sein, dass ich halt einfach wirklich diverse andere Filme gekauft habe, die halt bei dir im Podcast besprochen wurden und die ich noch nicht gesehen hatte und im Zuge dessen Paranormal Activity einfach mitgenommen habe. Kann auch sein. Möchte ich nicht ausschließen. Ja, okay. Okay. Also, ich habe damals... Nee, Rack. Rack war es. Ja, Rack. Den habe ich natürlich besprochen, ja. Genau, Rack, den habe ich. Den habe ich mir besorgt, eins und zwei. Aber Paranormal Activity auch mindestens einen. Rack habe ich mit Kevin besprochen und Rack zwei mit Steffen. Ich weiß, mit wem ich was besprochen habe. Ja, ich glaube dir schon, dass du das weißt. Ich muss das immer reinhauen. Ich muss das immer direkt sagen. Okay. Nein, was ich noch sagen wollte. Ich habe damals einen Trailer bei YouTube gesehen und da hat man Leute gefilmt, die einen Film gucken mit Nachtsichtkamera. Also, das war dann so grünlich. Und die sind auf den Kinositzen zusammengezuckt und bewusstlos geworden, die Hände vors Gesicht geschlagen. Also, alter Schwede, ich dachte mir, was zum Teufel gucken die da? Und dann stand dann irgendwie so hier dabei, das sind Szenen eines Films, der hier die Horror-Kinowelt der ganzen Welt hier wahnsinnig macht. Und dann hieß es Paranormal Activity. Und ich dachte, das muss ja unglaublich sein. Das muss ich sehen. Und ich habe mir den ersten Teil dann damals, als er dann auf DVD rauskam, besorgt. Ich bin nicht im Kino gewesen, das habe ich nicht geschafft. Und dachte mir, das muss jetzt richtig hart werden. Und ich sage dir, ich war wirklich, wirklich unfassbar gelangweilt. Also, das wüsste ich nicht, ob ich ... Ich meine, das kam natürlich schon öfter mal vor, aber dass ich so extrem gelangweilt war, aber eigentlich das Gegenteil so extrem erwartet hatte, das kam selten vor. Das war wirklich unfassbar mau. Jetzt hast du ihn mir aber nicht gerade schmackhaft gemacht. Das würde ich mal, ja, das würde ich mal behaupten. Vielleicht wirkt er bei dir natürlich anders, aber ich hatte da keinen Bock drauf. Und es ist ja auch so, ich meine, ich habe ja schon das eine oder andere Mal über Fun-Footage hier gemeckert. Ja. Ja, okay, du bist schön, dass du es bestätigst. Und muss halt echt sagen, dass ich auch dieses Ganze vor ... Weißt du, mich langweilen schon die ersten zwei Minuten. Das langweilt schon. Weißt du, wenn sie dann sich im Spiegel filmen und sich zuwinken, weißt du, damit wir so zeigen, wir machen Fun-Footage hier. Ach, das ist so blöde. Und dann hast du dann die Kamera ja dann nur auf dem Stativ stehen und es passiert ja nichts. Es passiert nichts. Gut, ich meine, sie wird mal aus dem Bett gezogen und sie steht mal auf und steht plötzlich dreiviertel Stunde vor seinem Bett und guckt ihn an und so bewegt sich nicht. Das sind so kleine Dinge, wo man sagt, ja, das hat schon so unangenehmes Gefühl, kommt dabei, hoch, das sehe ich schon ein. Aber sonst ist das so öde. Ich muss ja sagen, dass der zweite Teil um einiges besser war, den wiederum andere so scheiße finden. Also der zeigt ja die Familie in diesem Haus. Der hat ja mit ein bisschen mehr ... Der hat ja mehr geboten einfach. Der hat ja viel mehr geboten und auch dann so viel mehr Spaß gemacht dadurch, weil der ja auch dann mehrere Räume hatte, mehrere Leute hatte. Der hatte wirklich auch Schocker, die gut gesessen haben, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich fand sogar auch den dritten dann gar nicht so verkehrt. Der hat nämlich dann diese Idee gehabt, die Kamera auf einen Ventilator zu stellen, sodass sie sich also bewegte. Die schwenkte immer von links nach rechts, von links nach rechts. Das war auch eine gute neue Idee. Ich glaube, erst mit dem vierten ging es dann so richtig bergab. Tom hat zum Beispiel auch gesagt, dass der vierte einer seiner schlechtesten Kinoerlebnisse waren. Und ja, ja, ganz schlimm, ja. Versuch's mal. Vielleicht hast du ja ... Also ich würde ja sagen, lass den ersten aus. Aber um halt wirklich alles verstehen zu müssen, musst du den ersten schon gucken, weil die ja schon aufeinander aufbauen, wenn auch nur vage, aber trotzdem. Ich kenne aber wirklich nur bis zum dritten. Der hatte auch eine wirklich gruselige Szene, das weiß ich noch. Und die muss ich jetzt spoilern, aber die habe ich auch schon gespoilert, das habe ich schon erzählt. Die Kamera, die das filmt, sucht irgendjemanden und filmt eine Treppe hoch. Und oben am Ende der Treppe ist es dunkel und da sehen wir jemanden stehen. Und sie sagt dann irgendwie so, ach, da bist du ja, komm doch hier oder was auch immer. Und dann realisieren wir erst, dass diese Person aber schwebt. Und dann kommt ihm plötzlich die Treppe so runtergeschwebt und fällt, glaube ich, dann auch runter. Also das war ein Moment, der war wirklich gruselig. Das fand ich super. Es gibt natürlich so ein paar andere Dinge, ich will jetzt hier nicht alles spoilern, in diesem Titel, die gut waren. Die wurden auf jeden Fall besser. Also von, sonst ist es ja so, von gut zu scheiße und hier ist es von scheiße zu gut. Also das ist so meine Meinung. Würde mich mal interessieren, was andere zu Paranormal halten, aber das ist meine Meinung. Und wie gesagt, vierten, den habe ich damals gesehen, der war so unfassbar mau und gähnend langweilig. Das kann ich auch nur bestätigen. Und alles danach, also die Gezeichneten und die Verblöteten und was da alles kam noch und Tokio Drift, hier hieß ja auch einer, Paranormal Tokio Drift und so wirklich ganz große Scheiße. Paranormal Tokio Drift, genau. The fast and the paranormal activity. Ja, der heißt irgendwie anders, aber der spielt in Tokio. Das ist ein japanischer Ableger. Heißt aber Paranormal Activity. Aber ich weiß nicht genau, wie er heißt. Aber was war jetzt mit Rack? War Rack besser? Rack ist ein Meisterwerk dagegen. Rack ist mega. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Also bei Rack, was ja auch in dem Jahrzehnt kam, da bin ich glaube ich richtig, muss ich sagen ... Nee, der erste ist von 2007. Toll, das musstest du jetzt sagen. Entschuldigung, okay, kannst du rausschneiden. Blamieren wir uns beide einmal, ist doch okay. Ist der erste schon so alt? Alter Schwede. Das hätte ich jetzt nie geschätzt. Wahnsinn. Aber gut, trotzdem kurz. Der erste Teil zu Rack ist wirklich ein guter Streifen, der auch heute noch wirkt. Also da hast du, denke ich, deine Freude mit. Ich habe ja, wie gesagt, mit Kevin drüber gesprochen und es gibt aus heutiger Sicht dann schon das eine oder andere zu meckern. Das ist aber natürlich dem geschuldet, weil es ja auch immer noch ein Horrorfilm ist. Da muss man einfach die Augen, ein paar Augen zudrücken und dann ist das auch okay. Aber der zweite Teil, den fand ich damals sogar noch besser. Der war mega. Der hat mich gegruselt. Der war super klasse. Als ich den dann aber besprochen habe mit Steffen, muss ich sagen, haben wir beide gemerkt, dass der Film doch nicht so gut war, wie damals. Also da habe ich so einiges, also wenn man jetzt Gehirn ausschaltet, ist das ein guter Film, aber wenn man halt das Gehirn halt anlässt, dann merkt man halt, das ist alles Hühnerkacke, was da so passiert. Oder vieles zumindest, ja. Und ich weiß nicht, da gibt es einen Moment, weil da ist dieser eine Pfarrer, der darf dann über alle hinweg bestimmen. Der darf bestimmen, dass die Polizei keinen rauslässt. Der darf bestimmen, dass keiner reinkommt. Und der darf auch bestimmen, der darf alles bestimmen. Und ich denke mir so, warum darf dieser Pfarrer das alles bestimmen? Warum denn? Weißt du, wie kann der über alles stehen? Und der hat ja auch dann so ein Funkgerät und der ist ja dann mit irgendjemandem verbunden. Und es gibt einen Moment, dass ich dann zu Steffen sage, als sich dann ja wieder diese Stimme meldet am Mikrofon und der ist ja da mit allen verbunden. Ja, also der spricht ja da mit dem Vatikan, mit dem Osterhasen und mit Jesus. Und der hat da ja alle. Mit dem Osterhasen. Ja, Osterhasen ist auch drauf, glaube ich. Also das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Moment, weiß ich noch. Aber es gibt so viele Folgen, die ich gerne mal wieder hören würde. Weißt du, also unter anderem auch genau die. Also hört ihr unbedingt natürlich die zum ersten Teil an, aber auch die zum zweiten, Greg. Also das ist sehr lustig. Aber sehr lustige Gespräche. Also ich würde gerne nochmal alte Folgen selbst hören, aber da komme ich halt ums Verrecken nicht zu. Also ganz ehrlich. Wie denn auch? Ja, richtig. Ich muss neue machen, genau. Darum, Leute, ihr müsst mal eins bedenken. Wenn der Alex eine Folge rausbringt, die zwei Stunden dauert, hat die Aufnahme garantiert länger gedauert. Und der Schnitt, den macht man ja vielleicht. Machst du den in Echtzeit oder beschleunigst du die Aufnahme? Nein, mittlerweile nicht mehr. Also der Schnitt der Folge läuft bei 1,6-facher Geschwindigkeit. Aber trotzdem, wenn du am Ende zweieinhalb Stunden Aufnahme hast und eine zwei Stunden Folge, sitzt du am Schnitt auch mehrere Stunden, oder nicht? Ja, ja, schon. Also manchmal, wenn ich morgens anfange zu schneiden, dann bin ich tatsächlich am produktivsten und ich lasse mich am wenigsten ablenken, stelzimmerweise. Und dann sitze ich da eine Stunde und bin richtig gut vorangekommen. Also da bin ich teilweise schon überrascht, wie schnell ich dran bin. Wenn ich tagsüber auch abends schneide, dann habe ich das Gefühl, ich komme überhaupt nicht voran. Da geht die Zeit nicht rum. Aber bei 1,6-facher Geschwindigkeit ist das ja fast doppelt so schnell. Da läuft das dann schon gut ab. Aber ich meine, ich muss alle, ich setze gefühlt alle 8 Sekunden einen Schnitt. Also das heißt, ich komme überhaupt nicht dazu, das zu hören. Es ist also nicht so, dass die Folge läuft und dann läuft sie dann, was weiß ich, dann mal 13 Minuten durch, bis ich dann mal einen Schnitt mache. Sondern ich setze halt wirklich durchschnittlich alle 10 Sekunden einen Schnitt. Und wenn es nur ist, dass ich ein bisschen Luft raushol, weißt du, also ein bisschen Bedenkzeit wegnehme oder so. Aber ich bin ständig drin in der Folge mit der Maus. Ja, das kann man sich, wenn man sowas nicht selbst macht, nur schwer vorstellen. Weil auch bei der Aufzeichnung, worüber auch immer man aufzeichnet, ob jetzt hier über Skype oder was auch immer man nutzen kann, du hast ja auch immer Versatz. Und allein dadurch, man fragt einen was und derjenige reagiert eigentlich sofort. Aber durch die Latenz denkt man ja, warum hat der denn jetzt 10 Sekunden nichts gesagt? Ja, das ist richtig. Das ist natürlich zum Glück nicht ganz so schlimm, aber das hast du recht. Ja, das kommt auch manchmal noch rein. Aber oft ist es halt auch so, also ich schneide jetzt halt nicht sehr viel raus. Es ist halt einfach so, dass ich die Aufnahme ja auch einfach säubere. Also wir sind ja auch jeweils auf einer eigenen Spur. Wenn ich jetzt was erzähle und zum Beispiel räusperst du dich im Hintergrund oder umgekehrt, du erzählst was und ich niese im Hintergrund, dann nehme ich das ja weg. Und das ist natürlich auch ja schon, was zum Schnitt gehört. Also es ist ja nicht nur, hängt ja nicht nur damit zusammen, dass ich Dinge entferne. Also das ist sehr selten, dass ich Dinge wirklich entferne. Selten? Okay, das heißt, es ist schon mal vorgekommen. Natürlich. Es gibt manchmal, wenn zu weit abgedriftet wird vom Thema, dann nehme ich auch mal was weg. Das ist schon der Fall, ja. Aber du darfst gerne alle Welt wissen lassen, dass ich dir unterstellt habe, du hättest Paranormal Activity besprochen und ich hätte mir deshalb eine DVD gekauft. Ja, genau. Das ist wirklich gut, ja. Besser wäre, wenn du jetzt so in deine Liste gucken würdest und merken würdest, er hat recht, ich habe das besprochen. Ja, das wäre ein Ding, aber das, da müsste ich mich wirklich schwerst irren, aber nee. Nee, nee, es ist richtig. Es war Rack, es war Rack auf jeden Fall. Es war Rack, ja. Kann man ja mal verwechseln. Das kann man mal verwechseln, ja. Sag mal, von diesen ganzen Gruselfilm, die ja kamen, da ab 2010, kam ja dann auch wirklich diese wirklich düsteren Streifen raus, die ja auch dann eher so in diesem Psycho-Horror sind. Wir haben es vorhin schon mal gesagt. Also wie zum Beispiel Hereditary, der ist ja schon wirklich so viel gesagt worden, zu dem brauchen wir nicht wieder anfangen. Aber es kam zum Beispiel auch ein weiterer Film raus, den ich mal empfehlen möchte hier. Der ist von 2019. Der heißt The Lodge. Sagt dir der was? Der Name ja, aber ich habe ihn auch nie gesehen. Okay. Ich habe den damals, den Trailer gesehen und der hat mich umgehauen. Den musste ich unbedingt schauen. Und als er dann endlich guckbar war, da habe ich dann direkt zugeschlagen. Und das ist ein Film, der so wirklich in diese Richtung düsterer Psychothriller geht. Nicht unbedingt jetzt geistertechnisch oder so, aber trotzdem sehr, sehr düster und gut. Und da kann man auch drüber meckern, über viele Dinge, weil da ja auch, ja, so ein paar Dinge sind dann unglaubwürdig. Aber sonst würde ich den echt empfehlen, mal zu schauen. Also The Lodge ist ein super Streifen. Ich hatte hier nur ein Problem. Hier spielt Alicia Silverstone mit. Die ist ja in den 90ern riesig bekannt gewesen. Die war ja ein absoluter Megastar. Die ist ja bekannt geworden durch die Aerosmith Musikvideos. Da sind quasi ja mehreren drin. Und hat ja zum Beispiel auch ein Clueless dann gespielt und so. Also die ist halt, die sieht man halt nicht mehr. Aber hier in The Lodge spielt sie am Anfang mit. Und dann später im Film spielt noch eine Hauptdarstellerin mit, die halt leider genauso wie Alicia Silverstone aussieht. Die sieht ihr unfassbar ähnlich. Und ich hab so die ganze Zeit gedacht, ist das die gleiche? Soll das die gleiche sein in Jünger? Also ich war halt, ich konnte der Handlung nicht folgen. Weil ich dachte, das muss doch einen Grund haben, warum das jetzt Alicia Silverstone in Jünger ist. Oder warum es ein Mädchen ist, die so aussieht wie sie. Und letzten Endes hat das nichts damit zu tun. Und wenn du die beiden Mädels jetzt vergleichst miteinander, dann siehst du auch, dass sie nicht so ähnlich sind, wie ich dachte. Aber ich dachte immer, der Film soll in eine andere Richtung gehen, weil sich die beiden Frauen so ähneln. Total komisch. Also da muss ich sagen, man ja reinguckt, hat nichts damit zu tun. Aber das war vielleicht ein Fehler. Zwei Frauen zu casten, die sich so ähnlich sehen. Also von der Frisur, vom Gesicht. Das fand ich komisch. Aber ich bin halt blöd. Das war halt absolut. Wahrscheinlich sagt die Regisseurin, sagt sich wahrscheinlich, du bist so ein Blödmann. Also hat nichts damit zu tun. Und du guckst darauf, dass sich die Frauen eh nicht sehen. Und jetzt müssen wir zwei alten Herren noch Leuten erklären, was Aerosmith ist und Clueless. Aber können wir auch überspringen, oder? Ja. Ich denke, Aerosmith werden die Leute auch kennen, oder? Aus Armageddon vielleicht, ne? Ja, toll. Genau das, das schlechteste Lied, weißt du, was sie gemacht haben. Das nennst du jetzt. Ich habe gesagt, daher kann man es kennen, wenn man hier schon im Thema Film unterwegs ist, weil wir ja überall Filme sprechen in diesem Podcast, hätte ich gedacht, wenn jemand dann Aerosmith kennt, könnte es sein, dass er es aus Armageddon kennt. Ja, hast du ja recht. Hast du ja recht. Was würdest du denn sagen, ist denn das erste Lied, das dir einfällt, wenn du Aerosmith hörst? Love in an Elevator. War das jetzt Spaß, oder wäre ich ehrlich? Nein, das ist so. Nicht an Living on the Edge? Ja, vielleicht auch. Aber du spielst wahrscheinlich auch das Video von damals an, das wir wahrscheinlich ja beide kennen. Von Living on the Edge, ja. Mit Edward Furlong. Genau, der war dabei. Ja, das war damals 93 groß raus, als ich im USA Urlaub war. Damals mit der Familie, als 13-Jähriger. Und dann lief dieses Lied halt rauf und runter. Living on the Edge. Und auch das Video, das Musikvideo und das Lied natürlich, hat man nur gehört. Und deswegen ist es für mich natürlich so richtig typisch Aerosmith, weißt du? Ja gut, die gibt es ja schon viel länger. Die waren ja schon in den 70ern, glaube ich, relativ groß oben. Das stimmt. Aber für mich sind sie durch Living on the Edge bekannt geworden damals. Darum meine ich ja. Zeitlich kommt das, sind es entweder das oder Crying müssten auch die ersten Songs gewesen sein, die ich von Aerosmith jemals gehört habe. Aber tatsächlich, wenn ich über Aerosmith nachdenke, würde ich an Love in an Elevator denken. Okay. Mir fällt gerade ein, dass Amazing auch noch ein gutes Lied ist. Das ist gar nicht so verkehrt, aber es hat ein Mega-Ende. Es hat ein Super-Ende. Es hat ein, weißt du, es ist so ein Ende, das halt sich so aufbaut in so ein richtig mega geiles Ende. Das muss ich wirklich sagen, auch in dem Musikvideo auch. Also Amazing ist Amazing. 5 Euro ins Phrasenschwein hier. Genau, richtig, ja. Ja, also wollte ich nur mal so erwähnen. Okay, erzähl du mir doch noch mal. Jetzt haben wir, ich glaube, wir sind wieder abgeschweift. Jetzt erzähl du mir doch noch mal was. Was würdest du denn noch sagen, fällt dir denn noch ein, was man erwähnen müsste, was dann so in den 10 bis 20 noch rauskam, was horrortechnisch echt wirklich gut war. Womit man, wo man überrascht war von. Wo man überrascht war. Überrascht war ich da von dem großen kommerziellen Erfolg. Und ich weiß, dass du zumindest den ersten Teil davon nicht unbedingt leiden kannst. Es geht um Conjuring beziehungsweise das Conjuring-Universum. Universum, ja. Okay. Es hat ja seinen Start in 2013 mit dem gleichnamigen Film. Ein Jahr später kommt schon Annabelle, 16, dann der zweite, Conjuring 17, Annabelle 2, 18 kommt, The Nun, 19, ein Film, von dem ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass der dazugehört. Wie spricht man das jetzt aus? Lenoras Fluch? Ja, richtig. Und 19 auch noch Annabelle 3. Total witzig. Dieser Fluchfilm, den habe ich hier im Regal stehen, weil ich ihn mal für 2 Euro, glaube ich, in einer Ramschkiste gekauft habe. Und als ich jetzt in Vorbereitung dieser Folge halt geguckt habe, was alles zum Conjuring-Universum gehört, war ich wirklich platt, als ich gelesen habe, dass der auch dazu gehört, weil ich dachte, das wäre eben so ein Ramschfilm, den ich mal einfach so mir irgendwo geschossen hatte. Nee, tatsächlich gehört er dazu. Nein, ich kenne ihn nicht. Und er hat mich auch, also ich würde ihn gucken, aber er hat mich irgendwie nie umgehauen. Also er hat mich nie interessiert. Aber ich glaube, dass der schon gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube, man kann ihn gucken, aber er hat mich jetzt nicht so, also es kam halt einfach nicht dazu. Gucken kann man ja letzten Endes alle davon. Und es ist ja auch wieder sehr passend. Dieses ganze Universum ist ja auch diese Rückbesinnung auf eher klassischen Grusel, zumindest von der Grundidee. Auch wenn ich finde, es wird, also bei Conjuring ist das ja eigentlich genauso, wie auch bei Insidious. Hinten raus ist dann irgendwo der Punkt erreicht, wo man denkt, okay, jetzt wiederholt ihr euch aber doch sehr gewaltig und kommt doch lieber mal zum Ende mit dem, was ihr eigentlich erzählen wolltet. Ja, das ist richtig, ja. Ich fand es eben ganz amüsant, wie du gerade der Fluchfilm gesagt hast. Der Fluchfilm. Hast du doch lieber aufgegeben, es nochmal auszusprechen. Moment, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Leronas. Lerona. Ja, Lerona. Ich glaube, es heißt auch La, ist das nicht La Lerona? Also La ist doch die oder das, glaube ich im Spanischen. Ich glaube nicht, dass das nur ein Name ist. La Lerona, glaube ich. Von der Schreibweise könnte das sein. Wer das so schön ausgesprochen hat, ist die Gabi. Teilnehmerin Gabi, die dir vielleicht auch ein Begriff ist, die war ich noch nicht ganz so oft dabei. Also ich habe immer mehrere Monate Pause, wenn sie mal mitgemacht hat, mit ihr. Und die ist halb Kolumbianerin, wenn ich das nicht richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die spricht das natürlich richtig schön aus. Hat sie mal gemacht in einer Folge. In welcher? Wo sie dabei war. Ja, welche ist das denn? Du weißt doch immer, wer in welcher Folge dabei war. Ja, aber es ist, du, wenn das mal kurz angesprochen wurde, mal nebenbei, ja, dann kann ich das natürlich jetzt nicht genau sagen. Also, ich glaube, es ist der, vielleicht Geisterfilme, das ist noch nicht ganz so lange her, einige Monate, da gab es eine Folge mit Geisterfilmen, da habe ich mit ihr drüber gesprochen. Also ein Special. Ein Special, ja. Das wird das gewesen sein, denke ich mir. Aber ich weiß nicht genau. Ja, das Conjuring-Universum, ich fühle mich davon, von, ich hatte das Gefühl, dass bei James Bond irgendwann die Luft raus ist, ja, ähm, weil halt auch einfach vielleicht die, die, das Synonymwörterbuch für ihn zu Ende ging. Weil Conjuring ist auch so ein Wort, das keiner nutzt im englischsprachigen Raum. So, toll, muss ich jetzt mal kurz reinbewerfen jetzt. Jedenfalls ist The Conjuring für mich, ich kann es nicht sagen, ich will ja nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist, aber es ist ein Horror, der bei mir nicht mehr zieht. Bei Insidious war das noch der Fall. Der wollte noch richtig ziehen bei mir und auch ein Saw sowieso, ne, das ist ganz klar. Ähm, aber irgendwie war bei Conjuring bei mir dann so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, ihr tut euch hier wirklich wiederholen und das ist jetzt einfach nur so ein besessen Film mit ein bisschen gruseliges Gesicht schminken und schreien und dann auch mal durch den Raum fliegen und gerade so die anderen Teile, wo ja dann nur diese Figuren, das ist ja bei Insidious genauso, ne, ich weiß noch nicht genau in welchem Teil, wo ja dann diese alten Leute dann einfach dann sitzen und dann im Hintergrund laufen und halten dann die Finger, weißt du, vor die Lippen und machen dann und gehen dann wieder weg. Das ist nicht gruselig, das ist dann nicht mehr gruselig, das, das, das greift einfach gar nicht mehr und ich denke mir, alter Schwede, was hast du für gruselige Scheiße gemacht? Ne, also nicht scheiße, also gute Scheiße gemacht, was hast du für gruselig und tollen Kram gemacht und kommst mir dann mit einer Frau, die weiß geschminkt ist, die dann pssst macht. Ne, also da bin ich dann wirklich nicht mehr dabei und Annabelle habe ich ja auch besprochen, also Conjuring und Annabelle mit Carina und, ähm, die kann man ja sehen, aber es ist halt einfach nichts mehr, das mich dann so unbedingt auf der Ecke oder auf der Kante der Couch sitzen lässt, sagen wir es mal so, das guckt man weg und das war's und deswegen habe ich auch Conjuring 2 sogar abgebrochen und 3 nie gesehen bis jetzt und 4 soll ja kommen habe ich gehört und in Sidious habe ich ja erzählt, habe ich nach dem 2. auch keinen Teil mehr gesehen, den 5. natürlich nur, weil wir gemeinsam im Kino waren, aber sonst war dann auch vorbei, also Conjuring Universum geht an mir vorbei und Annabelle kenne ich auch nicht einmal den 2. Teil mehr. Aber ultra erfolgreich, also ich gucke hier gerade so auf die, auf die Wikipedia-Seite zu den Einnahmen, also das ist ja schon, kann man nicht meckern, ne? Nö, wenn du alle Filme jetzt zusammenzählst, also auch noch The Nun 2 oder The Nun 2 wäre es ja eigentlich richtig, ne? Wie ist das jetzt? Einspielergebnisse, weltweit, ja, über 2 Milliarden US-Dollar. Alle Filme zusammen, ne? Mhm. 2 Milliarden, 220 Millionen, 236.211. Und die Cent noch? Ja, ne, die passen hier nicht hin. Das sind zu viele Stellen vor dem Komma. Ne, also wenn, dann will ich das schon genau hören, ne? Ja, Entschuldigung, du musst jetzt eine Beschwerde an Wikipedia schicken, dass derjenige das nicht so genau eingeschrieben hat. Vielleicht ging es auch auf. Vielleicht ging es auch genau auf. Genau, Komma 0,0, hier steht auch, damit würde das auf Platz 23 der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten stehen. 23? Ja, auf Platz 23. Mit 2 Milliarden ist das aber schon weit hinten, oder? Ja, aber für die Masse an Filmen, es sind ja nicht viele Filme, die da drin sind, also wenn du jetzt dagegen Marvel oder so betrachtest, das sind ja viel mehr Filme, also da hast du ja viel mehr Potenzial, Geld einzunehmen. Ja, das ist natürlich klar, ja, richtig. Das stimmt. Also das Erfolgreichste ist definitiv Marvel Cinematic Universe ist auf Platz 1. Das ist klar. Star Wars kommt dann, Harry Potter und die Ableger. Fast and Furious auf 4, das finde ich viel schlimmer. Das ist traurig, ja, das ist wirklich toll. Das ruiniert mir den Abend jetzt. James Bond ist immerhin auf der 6 und für dich Jurassic Park, also auch wahrscheinlich mit Jurassic World zusammengenommen auf Platz 7. Ja gut, das ist okay. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Herr der Ringe noch mit reinkommt irgendwo, oder? Herr der Ringe liegt auf der 9, aber mit allem, was es halt gibt, also mit Hobbit und Herr der Ringe zusammengerechnet und ganz schlimm für uns alle, Twilight ist auf der 15. Oh, das ist echt schlimm. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Das sind ja nur 3 Filme. Ja, 4, ne? 4 Filme, aber 3 Bücher sind es. Ach, es sind 4, wie komme ich mal auf 3? Es sind 4, ja, ich habe das Thema schon mal. Ne, es ist sogar mehr, oder es sind 4 Bücher und 5 Filme, oder? Boah, das weiß ich gar nicht. Lass uns das in einer Besprechung bereden. In der Twilight-Besprechung, ja, sehr gerne. Alle Filme von Twilight machen wir aber in einem Run, Wir gucken uns die alle an und machen eine kurze Folge. Wie war? Doof. Tschüss. Wir könnten ja eigentlich wirklich mal gucken, ob es interessant wäre für die Leute, für alle, die zuhören, eine Twilight-Besprechung. Aber so ein Rant wird das dann, weißt du? So ein richtiges Abkotzen. Genau. Ob sich das jemand anhören würde? Da habe ich ja letztens einen schönen Versprecher in meinem eigenen Podcast gehabt. Kotzkast, habe ich aus Versehen gesagt. Kotzkast. Das kannst du dann ja so nennen. Das kann man genauso nennen. Ja, richtig. Und jetzt aber mal wirklich auf der 19 ist das Erste, was wirklich mit Horror zu tun hat. Das ist das Monsterverse. Also hier mit Kong und Godzilla. Auf Platz 19 der erfolgreichsten Filmreihen. Also mit, hier steht jetzt Conjuring mittlerweile auf der 22. Es gibt wenig offenbar Horrorserien, die derart erfolgreich sind. Auch Alien ist auf 32 nur. Alien hätte ich jetzt auch weiter oben geschätzt. Hätte ich auch gedacht. Allein durch die Masse an Filmen. Ich meine gut, Alien sind jetzt auch keine Masse, sind jetzt auch nicht signifikant mehr als bei The Conjuring. Aber ich hätte gedacht, dass gerade der Erste und der Zweite Alien, also 79 und in Mitte der 80er, dass da der Rubel noch ein bisschen mehr gerollt wäre als heutzutage. Das ist wahr, ja. Aber gut, so kann man sich irren. Ja. Aber es staunt mich immer wieder, wie erfolgreich dieses Filmuniversum ist. Bei mir geht es auch so ähnlich wie dir. Das erreicht mich nicht. Ich finde es auch nicht wirklich so gruselig. Aber es ist, glaube ich, so am ehesten noch Mainstream-Horror. Also das kannst du mit vielen Leuten, glaube ich, gucken. Also da wird niemand jetzt einen bleibenden Schaden davon haben. Also ich glaube schon, wenn du mit Leuten Human Centipede guckst, dann haben die einen Schaden fürs Leben. Ja, stimmt. In einem serbischen Film bestimmt auch. Also das ist jetzt, da ist, glaube ich, Conjuring schon wirklich was, was man an einem netten Familienabend vielleicht sogar gemeinsam gucken könnte, wenn alle das entsprechende Alter haben. Ja gut, Conjuring ist halt wirklich was für die Familie. Das kannst du halt echt mit deinen Kindern gucken und mit der Frau. Und das ist halt jetzt nicht, es ist natürlich etwas, das halt gruselt und spannend ist, aber nichts, das dann wirklich jetzt eingefleischte Horrorfans wirklich umhaut. Also da hat James Wan früher mit anderen Filmen dann doch eher schon besser abgeliefert. Was hältst denn du, auch wenn das nicht das richtige Jahrzehnt ist, von Malignant? Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, der ist natürlich jetzt dann schon ein bisschen was anderes gewesen. Also meiner Meinung nach ist das besser als The Conjuring. Das ist natürlich total verrückte Scheiße, also total krank und auch mega hart. Ja, aber ich muss auch sagen, ich mag ja die Annabelle Wallace-Gann sehen und das fand ich schon richtig gut, muss ich sagen. Wie stehst du zu, Malignant? Ich fand den Film sehr gut. Ich habe ihn hier in Moers im Kino gesehen, als es noch geöffnet war. Ja. Sogar für relativ schmales Geld, glaube ich. Immer montags konnte man einen Film für schmales Geld gucken und ich hatte null Ahnung, was da passiert, weil auch die Beschreibung auf dem Kinoplakat jetzt nicht unbedingt einen auf das vorbereitet hätte, was da kam. Ich habe ihn aber bislang leider nur einmal gesehen, weil ich es immer irgendwie verbaselt habe, ihn auf DVD, Blu-ray oder irgendwo zu kaufen. Also selbst gebraucht kriegt man den ja wahrscheinlich mittlerweile. Aber den finde ich echt gut. Ich weiß, ich habe mir auch die Folge angehört von dir dazu und ich glaube, ich war relativ einer Meinung mit dir, dass der Film ab irgendeinem Punkt ja so völlig auf einmal abdreht. Also die erste Hälfte ist das ja noch ein atmosphärischer Gruselfilm, hätte ich gedacht. Ja. Und dann ab der Szene auf der Polizeiwache, alle, die es nicht kennen, ihr versteht es jetzt nicht, kippt der ja von jetzt auf gleich in ein ultra brutale, ja fast schon Metzl-Org ja auf einmal, so völlig unvermittelt. Das stimmt, ja. Das ist ja wirklich so, ich weiß auch, okay, das ist jetzt schon was anderes als die Stunde davor. Genau. Und womit du natürlich völlig recht hast, also was du im Podcast gesagt hast, habe ich auch gedacht, das soll jetzt die Lösung sein. Nein, ich sage dir jetzt, du darfst nicht mehr böse sein, dann, ja okay, dann lasse ich es halt sein. Ja, stimmt. Das Ende war sehr einfach. Das war sehr einfach gestrickt. Da hatten sie nicht gewusst, wie sie es beenden sollten. Da wäre ein offenes Ende mir schon fast lieber gewesen, als das, was da jetzt kam. Aber sonst hat der Film schon eigentlich ganz gut abgeliefert, ja. Ja, also ich fand ihn auch, dafür, dass ich wirklich null Erwartungen hatte, fand ich ihn wirklich gut. und also die Podcast-Folge hat mir viel Freude gemacht. Ihr habt ja auch sehr schön über manche Dinge dann gelacht. Das freut mich. Mit Nico damals. Ich erinnere mich. Ja. Schon ein bisschen länger her, die Folge, aber die, ja, das war schön. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Es gibt jetzt noch eine Sache, Alex, die mir spontan einfällt, was in den Zehnerjahren passiert ist. Das sind nämlich TV-Serien für Horror, die jetzt nicht unbedingt ja Filme sind, aber Walking Dead ist 2010 gestartet und ich weiß gar nicht, läuft die Serie noch? Ich habe da irgendwann das Interesse daran verloren, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das haben viele, ja. Mein Bruder hat das vor einigen Jahren mal erzählt, dass er das Interesse verloren hat und er hat auch erzählt, warum, weil es immer das Gleiche ist. Meine Eltern haben es aber noch geguckt und erst jetzt am letzten Wochenende, da habe ich mit meiner Mutter zufällig drüber gesprochen und die hat genau das Gleiche erzählt. Die hat gesagt, ihr habt dann wieder so, dann wieder das, dann wieder da neue Leute und da war sie raus. Also sie hat ein bisschen länger ausgeheilt mit meinem Vater zusammen. Ich finde es immer noch krass, dass meine Eltern sowas überhaupt geguckt haben als mein Bruder und ich habe da nie mein Interesse daran gehabt. Also ich habe bei Walking Dead in der ersten Staffel, ich glaube, ich kam nie über die dritte Folge hinaus. Ich weiß nicht, warum. Es ist ja nicht schlecht. Es ist ja nicht schlecht gemacht, nicht schlecht gespielt. Also es ist ja wirklich gut gemacht, aber es war bei mir einfach, es wollte nie zünden. Niemals. Dass ich dachte so, ich muss unbedingt weiterschauen jetzt. Und es ist schade drum, weil eigentlich wollte ich das immer gerne mal schauen, aber jetzt habe ich natürlich schon so oft Schlechtes gehört, dass ich natürlich jetzt auch gar kein Interesse mehr dran habe, weißt du? Kann ich vollkommen verstehen. Ich habe zumindest bis zur dritten Staffel ausgehalten, aber ich fand immer faszinierend, wie, äh, wie viel Reichweite das hat und auch was das für Ausmaße nimmt. Ich stand irgendwann mal mit meinem Sohn, da war der, glaube ich, sieben oder so, haben wir auf dem Bus oder so gewartet und irgendwelche Kinder, die auch mit ihm dann zur Schule oder in den Kindergarten, kannst du in dem Alter nicht mehr gewesen sein, halt auch auf dem Rückweg von der Schule oder so waren, haben sich dann darüber so unterhalten, so, ja, wir haben wieder Walking Dead geguckt, da ist dann wieder ein Kopf geplatzt, ne, und du stehst da so und denkst, Moment mal, wie alt bist du? Sieben? Acht? Also das war echt schon, ich möchte ja nicht der Spielverderber sein, aber, puh, da habe ich schon gedacht. Naja, auf jeden Fall und welche Serie gab es natürlich noch in den Zehnerjahren Ash vs. Evil Dead? Hast du die mal gesehen? Ich habe damals die erste Folge angefangen, vielleicht auch noch die zweite, dritte, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich habe das schon geguckt einen Moment und war auch gegruselt von dem Anfang sogar, also es ist ja wohl irgendwie so, dass doch dann die beiden Polizisten dieses Haus betreten und sie wird auch dann besessen auf einmal, daran, das habe ich noch so in Erinnerung und das fand ich echt sehr gut inszeniert und auch gruselig gemacht, die Comedy da drin war super, also absolut, das muss ich echt sagen, der Schauspieler war ja hier auch bei Weekend of Hell dabei, der war ja direkt gegenüber von meinem Tisch, ne? Ja, ich erinnere mich. Und da muss ich sagen, das war okay, ich habe irgendwann aufgehört, vielleicht auch fälschlicherweise, aber ich hatte irgendwann nicht mehr so Lust drauf, aber das war auf jeden Fall eine lustig gemachte Serie, die hat mir gut gefallen. Ja, also ich habe auch nur, ich glaube, drei Folgen geguckt, ich fand es dann aber auch, es ist halt irgendwann anstrengend und das sind ja nicht Dinge, zu abgedreht, ne? Ja, die kannst du dir nicht jeden Abend angucken. Ich kann mir ja jeden Abend, weiß ich nicht, irgendwelchen Comedy-Kram angucken, weil ich halt gerne lache über so Sachen, aber wirklich so Horror-Comedy, finde ich, da musst du schon in der richtigen Stimmung sein und irgendwie habe ich damals leider irgendwann den Faden verloren. Aber das ist auch was, was ich auf jeden Fall neben den diversen Filmen doch so auf meiner Liste stehen habe, irgendwann mal Ash vs. Evil Dead zu Ende zu gucken. Gibt ja auch nur drei Staffeln und das ist dann ja auch ein weniger exorbitantes Unterfangen, als wenn man jetzt sagen würde, ich gucke die komplette Walking Dead-Serie inklusive aller Spinoffs, die es da gibt. Ja, das stimmt, das stimmt, genau. Richtig, da hast du natürlich die drei Staffeln schneller durch. Die waren auch kurz, oder? 25 Minuten, glaube ich, gingen die Folgen nur. Ehrlich? So kurz? Das habe ich nicht in Erinnerung, aber dann bist du ja wirklich schnell durch. Ja, vielleicht irre ich mich auch. Okay. Ja gut, tatsächlich ist es ja so gewesen, dass ja sehr viele Serien rauskamen, die ja eigentlich auf Filmen basieren. Es kam eine Exorzisten-Serie raus, Regina Davis, weiß ich, die hat mitgespielt, aber das habe ich immer aufgehört, wieder zu schauen und irgendwann hat das mich dann nicht mehr gepackt. Dann gab es ja auch dann Bates Motel, die ist ja dann eine Fernsehserie geworden, Sleepy Hollow wurde eine Serie. Also diese ganzen Serien, die eigentlich ursprünglich auf einem Film basieren und das schoss ja aus dem Boden, weil irgendwie die keine Ideen hatten. Deswegen hat man sich dann Filme zur Vorlage genommen. Das ist aber auch schon wieder vorbei. Das ist jetzt nichts Neues gekommen eigentlich mehr. Also ich habe es noch mal nachgeguckt, Ash vs. Evil Dead. Die Folgen dauern wirklich nur 30 Minuten, also kann man das relativ schnell weggucken. Ja. Und was wir natürlich noch vergessen haben, American Horror Story. Thema für dich gewesen? American Horror Story habe ich damals aufgrund eines, auf der Empfehlung eines alten Freundes mal angefangen zu schauen. Er fand das mega gruselig und unangenehm und da habe ich gedacht, oh, da guckst du mal rein. Und das habe ich dann auch gemacht und war auch okay, aber habe dann aufgehört und irgendwann dann nicht mehr weitergeschaut. Also tatsächlich kenne ich nur erste Staffel, vielleicht zwei Folgen. Oh, das solltest du mal nachholen. Also ich habe die wirklich in der Corona-Zeit quasi weggesuchtet. Da habe ich mir die alle auf DVD bestellt, die es damals gab. Das waren die ersten acht Staffeln. Aber angefangen habe ich tatsächlich mit der neunten, weil die es da gerade neu zum Streamen gab. Ja. Und die habe ich dann irgendwie, ich glaube, an einem Wochenende die neunte Staffel weggeguckt und habe dann von vorne angefangen. Und bauen die nicht aufeinander auf? Nein. Also es ist immer, eine Staffel ist eine in sich abgeschlossene komplette Handlung. Ach, das wusste ich gar nicht. Ein extra langer Film von Prinzip. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du musst die anderen Staffeln gesehen haben, um die anderen zu verstehen. Also es gibt ab und zu mal Querverweise auf andere Staffeln. Aber wenn du, also ich sage mal so, wenn du Staffel 1 jetzt nicht kennst, kannst du trotzdem Staffel 8 gucken, obwohl es da einen Bezug zu Staffel 1 gibt. Also man versteht das trotzdem. Okay. Man muss natürlich aufpassen, welche Staffel man guckt. Manche sind ein bisschen abgedreht. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, das ist wahr. Das habe ich auch schon mehrfach gehört. Auf jeden Fall die erste und die zweite, also Murder House ist ja mittlerweile der Untertitel für Staffel 1 und Asylum, zweite Staffel, fand ich fantastisch. Wie der Titel nahe liegt, spielt das in einem, in einer Irrenanstalt. Ist ja, glaube ich, die adäquate Übersetzung für Asylum. Jetzt nicht ganz fachmännisch. Ja, das stimmt. Okay, okay. Was würdest du sagen, ist die beste Staffel dann? Die zweite oder die erste, denke ich schon. Also am schlechtesten kommt im Allgemeinen oder zum damaligen Zeitpunkt die siebte Staffel weg, weil die gar nicht so sehr sich mit Horror beschäftigt. Das ist eher irgendwie so, ja, da hat es irgendwas ganz viel mit Wahl und mit Machtmissbrauch und sowas zu tun, was durchaus interessant ist. Also auch kann man gut gucken, aber es passt halt nicht so in den, in das sonstige Konzept. Ansonsten fand ich auch die fünfte Staffel, Hotel heißt die, nicht so ganz so gelungen. Da spielt auch Lady Gaga mit. Das habe ich gehört, ja. Aber ansonsten kann man sich ganz gut mal so geben. Man sollte halt gucken, dass man eine Staffel relativ am Stück guckt, weil es vom Prinzip ja ein extra langer Film sozusagen ist. Ja, ja. Ja, interessant. Ich werde das mal echt mal anfangen müssen. Jetzt gucke ich ja gerade Sommerhaus der Stars. Ist ja so ähnlich, ne? Das ist Staffel 13. Ja, genau. Wenn das rum ist, dann fange ich mit American Horror Story an. Guckst du auch Sommerhaus der Stars, ja? Ja, natürlich. Stetig und ständig. Ja, klar. Wenn ich gerade Horrorfilme gucke, gucke ich das, um runterzukommen. Ja, richtig. Aber da kannst du nicht runterkommen, wenn du das guckst. Da kommst du nur hoch. Da kriegst du dich nur auf. Gut, dass du das jetzt noch hinterher geschoben hast. Ja, ja, mit den, da kriegst du dich nur auf, ne? Ja, da kommst du nur hoch. Ja, genau. Okay, alles klar. So, du, wir haben auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch wieder geführt. Vierte Folge können wir einen Haken hinter machen. Wie sieht denn jetzt die fünfte Folge aus? Das Jahrzehnt ist noch nicht rum. Ja, die müssen wir dann, da müssen wir uns in etwa sechs Jahren dann für verabreden. Ja, richtig. Oder wir müssen halt irgendwas anderes machen. Oder wir müssen noch einen Film machen zwischendrin. Noch einen Film zwischendrin. Filme gehen immer. Filme finden wir mit Sicherheit was. Ansonsten gab es ja den Wunsch, dass wir eine Folge über Hörspiele machen sollen. Das stimmt. Du hast ja gesagt, du kennst nur die Nacht der Todesratte. Ich müsste auch noch die restlichen hören und in andere Dinge auch noch reinhören und mich ein bisschen reinlösen. Dann könnte man da auch eine Folge zu machen. Das wäre eine gute Idee. Okay, aber ich möchte mich bedanken bei dir für ein weiteres, interessantes, langes Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Vor allem, wenn wir bedenken, dass wir eigentlich dachten, ob wir damit überhaupt eine Stunde vollkriegen. Ich kann es nur wiederholen. Das ist wahr. Ich meine, gut, wir sind auch sehr viel abgeschweift. Das muss man halt auch sagen. Wir schweifen halt viel ab. Ich bin ja gerne am Abschweifen immer. Aber trotzdem hätte da eine Folge absolut nicht gereicht. Und jetzt sind wir schon vier Folgen drin. Also, ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Und wir kriegen mit Sicherheit auch dann was Neues hin demnächst. Also, müssen wir mal gucken, wo es uns hinführt. Aber jetzt soll es das erst mal gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und ja, was soll ich sagen? Vielen Dank. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und wünsche dir viel Spaß mit dem Sommerhaus der Stars. Dankeschön. Sehr gut. Ja, tolles Ende. Weißt du, ich hatte eigentlich überlegt, dass ich das jedes Mal rausschneide, wenn ich das erwähne. Aber das kann ich so natürlich jetzt nicht bringen. Ja, muss auf der Hut sein. Ich bin gelieft. Ja, aber hallo. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Ciao. Ciao, ciao.